3, 2, 1 Das war mal ein Downhill Hey ihr Süßen, wie geht's? Ich bin hier jetzt auf über 4000 Höhenmeter Der FC Dschungel United Mamos! Ganz so wie ein Gringo sehe ich nicht aus Ich fühle mich einfach wie einer von denen Es ist so, als wenn man in der Sauna laufen würde Let's go! Herzlich willkommen meine lieben Freunde zu einem erneuten Video auf diesem Kanal Als besonderer Gast an meiner Seite Ich muss dazu sagen, du bist der erste Nicht-Profi-Fußballer Und das ist auch eine Ehre für mich, dass du hier sein darfst Oder beziehungsweise dass du hier bist Weil es ist eine Premiere, kein Fußballer Würde ich sagen in diesem Sinne, erzähl mal Erstmal ist es auch eine Ehre für mich Ich kenne deine Videos und ich fühle mich auch geehrt Weil damals wollte ich auch Profi-Fußballer werden Und dann hier der erste Nicht-Profi-Fußballer Ja, da fühle ich mich auch geehrt Also ich bin extrem Sportler und Abenteurer Du hast gesagt, du hast meine Videos schon gesehen Und ich wollte immer schon so ein bisschen andere Sportler haben Leute mit einer krassen Geschichte Und ich habe lange überlegt Wer ist die erste Person, die hier sitzen darf, die kein Fußballer ist Es gibt natürlich Boxer, MMA-Fighter, keine Ahnung Triathlon, was auch immer Und ein Extremsportler Daran habe ich nicht gedacht, aber umso geiler ist es, dass du hier sitzt Die erste Frage wäre, was ist ein Extremsportler oder ein Ultrasportler? Erklär mir mal so ein bisschen für die Leute den Begriff Also Extremsport ist sehr allgemein Ich sehe mich als Multisportathleten Das heißt, es sind verschiedene Disziplinen Wie Laufen, Radfahren, Bergsteigen, Rudern, was auch immer Und in der Disziplin versuche ich halt ins Extreme zu gehen Und es ist kein offizieller Lauf, kein offizieller Wettbewerb, wo ich mitmache Ich erstelle meine eigenen Projekte, wo ich halt den Reiz auch sehe Und der Reiz ist einfach etwas zu tun, was einzigartig ist Deswegen gibt es keine Regeln, es gibt keine Grenzen Und man kann kreativ sein und das ist genau das, was ich wollte Deswegen erstelle ich mir meine eigenen Projekte und liebe das Abenteuer Also theoretisch kann man dich irgendwie wettbewerbstechnisch gar nicht messen Oder außer jetzt vielleicht Guinness Buch der Rekorde, wo du jetzt auch Also man kann nicht sagen, mit einem Fußballer kann man messen in einer Liga Der hat so viele Tore geschossen, mit einem Boxer kann man auch irgendwo messen Aber dich kann man ja nirgends, also woran misst man dich, sag ich mal Ja, vielleicht an den Projekten, wie groß die sind oder wie schwierig die auch sind Wenn du jetzt mit meinem letzten Projekt, das war ja auch schon was ganz ganz anderes Was noch keiner gemacht hat, ja daran kann man das messen Aber sonst gibt es so eine Liga wie beim Fußball das natürlich nicht Okay, dann lass uns mal, wie bei meinem, also für alle Zuschauer, die Erzählmer-Folge wird natürlich genauso weiterlaufen Also da so ein bisschen dein Werdegang und so ein bisschen halt Fragen von meiner Seite auch aus Wo bist du aufgewachsen bzw. wie bist du groß geworden, erzähl mir mal so deine Kindheit ein bisschen Also ich bin in Bremen geboren und aufgewachsen, türkische Herkunft, alleineziehende Mutter, drei Geschwister Und ja, ganz normal eigentlich, wie jeder andere auch, zur Schule gegangen, dann auch Fußball gespielt, wie viele andere auch Ganz einfach gelebt, Mutter hat zwei, drei Jobs gehabt, hart gearbeitet, ja ich war eigentlich nur mit Sport beschäftigt Ich sag mal so, wenn du Fußballer oder die meisten Fußballer, die hier sitzen, die haben auch früher Fußball gespielt Was hast du denn gemacht, dass du jetzt zum Extremsport gekommen bist, also das hast du ja nicht gemacht, also mit jungen Alter schon Genau, das kam sehr sehr spät, ehrlich gesagt, wie gesagt, ich hatte auch als Kind den Wunsch, wie viele andere auch wahrscheinlich Profi-Professor zu werden Hat aber nicht geklappt, man will nicht immer ganz zugeben, dass es an mangelnden Talent lag, aber Aber der Sport an sich, egal ob Fußball, ich habe auch andere Sportarten immer schon gemacht Ich glaube, meine Mutter hat immer gesagt, seitdem du krabbeln kannst, warst du schon so sehr aktiv Aber irgendwann, als man in einen Alltag kam, wo man sich dann, ja, Gedanken gemacht hat über die Zukunft Was möchte ich machen aus meinem Leben, ob ich eine Ausbildung mache oder ein Studium nach der Schule Ich habe mich nirgendwo gesehen, ich konnte mir nichts vorstellen, ja, ich habe mir wirklich, ich saß vor dem PC, habe mir Berufe von A bis Z angesehen Und konnte mich nirgendwo vorstellen, ich hatte immer den Wunsch, von klein auf mich zu verwirklichen Aber das Problem war, ich hatte meine Bestimmung einfach noch nicht gefunden, das ging mein Leben lang so Also in meinen 20ern war ich eigentlich quasi immer auf der Suche, ich habe immer hier und da mal was gemacht Aber so richtig meine Vision hatte ich noch nicht, das habe ich dann durch eine spontane Idee gehabt, ehrlich gesagt Ich saß eines Sommers auf meinem Balkon, dann bin ich generell ein Mensch, muss ich dazu sagen Ich denke nicht viel nach, ich tue einfach und in der Hoffnung, dass sich dann irgendwas schon ergeben wird Und damit bin ich immer gut gefahren in der Vergangenheit Und in dem Moment hatte ich halt die spontane Idee, ey, ich muss irgendwie was machen Hab mir dann gebraucht ein Rad gekauft aus dem Internet, billiges Equipment dazu Und bin dann sechs Tage später ohne Vorbereitung, ohne Planung einfach losgeradelt von Hamburg nach Südspanien, nach Sevilla Und das war jetzt nicht Extremsport für mich, das war einfach nur so, ich fahre jetzt einfach los So, ohne irgendwie groß Erfahrung zu haben Und auf dieser Reise, denke ich, habe ich ja meine Bestimmung gefunden Weil das, was es mit mir gemacht hat, ich habe es einfach lieben gelernt, so an meine vermeintlichen Grenzen zu gehen Und noch bevor ich in Sevilla ankam, in Madrid, rief ich dann einen Freund an Und hab ihm dann gesagt, ey, ich will Extremsportler werden Und so euphorisch ich war, ich wollte einfach nur ankommen in Sevilla, zurückreisen und dann richtig losgehen Und dann, das war so der Start Wann war das, welches Jahr, dass du nach Sevilla gefahren bist mit dem Fahrrad? Das war vor drei Jahren Ja, vor drei Jahren Okay, lass uns mal ein bisschen zurückgehen, du hast ein bisschen Fußball gespielt, du hast auch Kampfsport gemacht, habe ich gesehen Was genau hast du gemacht? MMA Okay, wie kam das? War das einfach so Hobby oder hast du da auch so, sag ich mal, den Traum gejagt, so ein bisschen professioneller zu werden? Oder warst du auch professionell? Ja, ich habe ein paar Profikämpfe gemacht, das hat sich auch so ergeben, also ich habe Fußball im Verein gespielt, ganz lange auch Als ich gemerkt habe, okay, Profi-Fußball wird nichts, habe ich eine neue Herausforderung gesucht Und ich habe in einem Fitnessstudio damals trainiert, wo die im Keller auch MMA-Training gemacht haben Und das hat mich immer schon interessiert gehabt Und hab dann irgendwann mal mitgemacht, hab das dann parallel neben dem Fußball gemacht und irgendwann mal hat das halt komplett mein Herz gewonnen Wo ich dann mit dem Fußball aufgehört habe, das war eine der schwierigsten Entscheidungen meines Lebens, weil wenn man fußballverrückt ist, dann ist man fußballverrückt Und das war ich damals auch und ich dachte, okay, nee, Fußball kann ich immer spielen, ich kann immer mit Freunden raus, mit dem Ball nehmen Aber so MMA möchte ich wirklich lernen, dann muss ich Zeit investieren und deswegen habe ich mich wirklich darauf fokussiert Und nach zwei Wochen habe ich erst mein Turnier, mein erstes Turnier gehabt und dann war ich halt wirklich positiv besessen davon Das war dann erstmal mein Leben Aber dann hast du schon ein bisschen Talent dafür gehabt, oder? Wenn du sagst nach zwei Wochen oder Also es gibt ja so viele, die sind jetzt, keine Ahnung, seit Jahren irgendwie MMA-Kämpfer und haben es noch nicht dazu gebracht Ich hatte halt immer diesen Willen, ja, man hat direkt beim Training gemerkt, dass ich der Biss hatte einfach Und das ist sehr, sehr wichtig und auch wenn es sehr viel Technik ist, gerade beim Grappling, im Bodenkampf Hat man gemerkt, dass ich halt einfach diesen Biss habe und gleich gut mithalten konnte mit den anderen Und halt der Trainer, so verrückt der auch ist, meinte, okay, hier, du machst mit, du machst mit und du auch zuerst Und dann war das auch so, dass ich bis zum Halbfinale gekommen bin, beim ersten Turnier, ich war selber so geschockt Und dann wurde ich disqualifiziert, weil ich eine verbotende Technik gemacht habe, aber nichts Schlimmes Ich habe einfach, das war ein Grappling-Turnier, das war so Ringen, Bodenkampf Achso, also ohne Schläge Ja, ohne Schläge, genau Und da habe ich bei der Regelbesprechung einfach nicht zugehört und man durfte da nicht slammen Also man durfte nicht auf dem Boden den Gegner schlagen und ich habe da einfach nicht zugehört Und ich dachte, der war dann so hier, saß da so obendrauf und hab ich dann gedacht, okay, was macht der da? Das ging natürlich nicht, aber trotzdem war eine tolle Erfahrung Wie weit bist du gekommen mit dem MMA? Es ging dann halt immer weiter und das war dann wirklich mein Leben, ich war, weil wenn ich etwas mache, dann richtig immer Und ich bin auch mal drei Monate nach Thailand gereist, hab da trainiert, wollte ich zweimal am Tag Und hab mich dann halt immer verbessert und für mich war klar, ich will nicht nur trainieren, ich will auch kämpfen Und ich sehe einfach den Reiz einfach, ich glaube, ich habe gar keine Amateurkämpfe gemacht im MMA Und direkt, der hat den ersten Profikampf gehabt in Dresden, in der ersten Runde K.O. Nee, du bist K.O. Nein, also nicht K.O., sondern ich habe einen Frontkrieg bekommen und das war gegen Leber und da kann man nichts machen War vorbei? Ja, war vorbei, ich habe da Minuten keine Luft bekommen, das ist auch okay für mich Für mich hat man schon, also wirklich, das sagen nicht nur Verlierer, es ist so, wenn du dich schon traust in den Käfig zu gehen, dann bist du schon ein Gewinner Ja, 100% Für mich ging es auch niemals um Gewinnen oder Verlieren, für mich ging es einfach nur um diesen Reiz einfach, ja Wie viele Profikämpfe hast du gemacht insgesamt? Nur zwei Nur zwei, warum hast du aufgehört? Gute Frage, ich wollte halt immer kämpfen, ja, ich war dann irgendwann bei einem Team in Hamburg Das war so ein bisschen schwierig, weil ich konnte das nicht alleine entscheiden, ja Wenn ich mal einen Anruf bekommen habe, ey Sabas, hast du Lust zu kämpfen bei dieser Veranstaltung Ich habe immer direkt zugesagt, ich wollte direkt kämpfen, ich wollte ja nicht umsonst trainieren, man trainiert so hart Man will halt, das ist so wie so ein Löwe, den musst du auch mal irgendwann füttern, der muss auch mal jagen gehen So habe ich mich auch motiviert und das war damals so bei meinem Team, man durfte das nicht so alleine entscheiden, ja Da wurde dann gesagt, nee, mach da mal nicht mit und irgendwie so Und irgendwann mal habe ich dann die Liebe dazu verloren, weil ich selber die Entscheidung nicht treffen konnte Ja, das ist ja das Problem so beim Kampfsport, dass da viel, du hast, ist ja nicht wie beim Fußball, dass du sagst, jeden Sonntag hast du Spiel 15 Uhr Sondern wie oft kämpft ein professioneller MMA-Fighter, sagen wir jetzt, sag mir mal, wie oft kämpft er im Jahr? Ist im Unterschied lieber so zwei-, dreimal vielleicht oder einmal Wobei man sagen muss, du musst natürlich auch schon lange darauf trainieren, aber wenn du sagst, du wolltest, das ist so Der Löwe im Käfig, der nicht raus darf und dann hast du aufgehört Das war ja das, was ich jetzt mache, so sehr liebe, weil es ist keiner da, der mir Grenzen aufzeigt, ja Das war aber davor so, weil keiner kann in deinen Kopf reinschauen, keiner kann sehen, wie hungrig du bist, wie sehr du das willst, ja Und deswegen wird man halt immer unterschätzt und deswegen bin ich in dem, was ich jetzt tue, einfach frei, ja Und ich kann ganz groß denken und da ist kein anderer, der vielleicht kleiner denkt und mich da limitiert Deswegen kann ich mich voll ausleben und ja, einfach ganz groß denken Das ist schon verrückt, Extremsportler, wo ich, ich muss jetzt mal den Zuschauern erklären, wie ich auf dich aufmerksam geworden bin Ich habe einfach bei YouTube so ganz normal mal durchgeguckt und dann habe ich gesehen, ich weiß jetzt nicht die genaue Kilometerzahl 5000 170 Kilometer bist du gelaufen in 87 Tagen Und ich dachte mir, das geht gar nicht Ich muss mir dieses Video angucken Ich habe mir das angeguckt und ich muss dir sagen, positiv, du bist verrückt Das muss ich dir sagen, aber ich glaube, du hörst das nicht zum ersten Mal, oder? Nein, das stimmt doch Man muss ein bisschen verrückt sein, man muss das lieben Ich sage nicht verrückt, aber man muss es wirklich lieben und aus Leidenschaft machen, anders könnte man es auch gar nicht Aber das ist verrückt, weil du sagst Leidenschaft, ich muss sagen, werde alleine durch Und für alle, die es nicht wissen, also wir werden gleich nochmal viel detaillierter auf deine Reise zu sprechen kommen Du bist in Peru gelaufen, also nicht irgendwie hier Hamburg fünfmal rum oder so, sondern in Peru Dann war deine MMA-Karriere zu Ende, was hast du gemacht, wie ging es sportlich weiter? Hast du dann direkt schon mit diesem Extremsport angefangen oder was hast du gemacht? Wie sah dein Leben aus? Gib mir mal so einen Einblick zu der Zeit, wie es aussah bei dir Vielleicht auch beruflich, familiär Ich habe eine Ausbildung als Sport- und Fitnesskaufmann gemacht, bin ich dann selbstständig gemacht als Personal Trainer Hab dann als Personal Trainer gearbeitet, aber genau dann in dieser Phase, wo ich dann mit dem Kampfsport aufgehört habe oder weniger aktiv war War ich auch in so einer Down-Phase im Leben, wo ich einfach, wie gesagt, meine Bestimmung auch nicht gefunden habe Meinen Weg auch noch nicht gefunden habe und in so eine kleine Depression gefallen bin Und einfach auf der Suche nach meinem Weg war Wie kommt man zum Extremsport? Also du hast immer Sport gemacht, du hast Fußball gespielt Wenn ich jetzt, ich habe auch immer Sport gemacht in meinem Leben und ganz viele zu Hause auch, aber wie kommt man auf solche Wirklich, das ist unvorstellbar, ich sag dir ehrlich Ja, wie gesagt, das war diese Radtour Ja, aber wie kommt man auf die Idee, ein Fahrrad zu nehmen und nach Spanien zu fahren Das kann ich nicht erklären, das muss jemand sagen, der mich richtig gut kennt und lange kennt, der muss es erklären, für mich ist es voll normal gewesen Aber wie sah dein Tag aus? Du warst zu Hause, du hast eBay geschaut, Fahrrad und hast gesagt, komm jetzt Ich saß auf dem Balkon, ganz alleine und hab gedacht, ey, ich muss jetzt irgendwie, das Gute war, wie gesagt, ich war selbstständig, ich war jetzt nicht gebunden, zeitlich, nehm mir die Zeit auch, gar kein Problem Also ich dachte, ich habe jetzt ein bisschen Zeit, ich habe ein bisschen was zur Seite gelegt, ich muss irgendwie was machen und so Urlaub gehen irgendwo, das ist, bin ich nicht, das muss körperlich sein Und dann kam ich halt ganz spontan auf die Idee und ich habe auch früher immer mal auch so Fahrrad-Dokus gesehen auf YouTube oder was, das habe ich immer mal gesehen, das hat mich immer schon interessiert Und dann kam ich selbst auf die Idee, wie gesagt, ich hatte damals nicht so viel Ahnung, wenn ich mir heute das Video anschaue, ich habe dazu auch ein Video gemacht, muss ich Kopfschütteln Aber das ist auch schön, weil man sich in dieser kurzen Zeit, das ist gefühlt für mich 30 Jahre her, weil ich mich so sehr weiterentwickelt habe, ist auch sehr positiv Aber da war man halt sehr unerfahren und da habe ich nicht groß geplant, wie gesagt, normalerweise so eine Tour plant man ein halbes Jahr vorher, man trainiert dafür Ich habe aber die Grundfitness schon immer gehabt, deswegen dachte ich, ich mache das schon, die tägliche Distanz lege ich zurück Das ist meine Eigenschaft, ich bin immer ein Mensch, dadurch ergibt sich in meinem Leben auch immer sehr viel Ich bin immer sehr spontan, ich liebe Veränderungen, ich bin offen für Neues und dadurch hat sich immer irgendwas ergeben Und auf dieser Reise alles, was ich so gelernt habe und diese Eindrücke, das war nur Positives, was es mit mir gemacht hat auch Und dann dachte ich, okay, ich habe das Zeug dazu, also nicht nur von der Fitness her, sondern einfach vom Charaktereigenschaften her für einen Extremsportler Das passt einfach, das gefällt mir und dann war für mich klar, okay, das ist jetzt mein Traum, ich will das jetzt machen Du sagst, du hast die Charaktereigenschaften, was sind denn so Charaktereigenschaften, die man als Extremsportler braucht Oder was sind Charaktereigenschaften, wo du sagst, ich habe das und das braucht man auch, um das zu machen, was ich mache Du musst geduldig sein auch, gerade in so schwierigen Situationen, du wirst oft Momente haben, wo du nichts zu essen hast, nichts zu trinken hast Oder wo es einfach schwierig wird und da musst du geduldig bleiben oder positiv bleiben Und das ist auch eine Fähigkeit, die viele nicht haben Und natürlich bin ich auch ein Mensch, ich bin auch oft in Situationen, wo ich mich aufrege Aber das ist dann vielleicht für vier Minuten und dann geht es für mich weiter Und das sollte man haben können Man sollte auch die Fähigkeit haben, aus seiner Komfortzone rauszukommen, ohne Probleme Und das kann ich sehr, sehr gut Ich könnte hier zwei Wochen nie auf dem Boden schlafen, hätte ich gar kein Problem mit Oder mal drei Monate auf Fleisch verzichten, wie zum Beispiel jetzt in Peru, war auch kein Problem Das war für mich immer schon so, ich bin sehr belastbar Warst du schon immer so oder hast du dir das antrainiert? Weil ich glaube, das ist für dieses Wort aus der Komfortzone rauskommen, das kennen viele Aber viele schaffen das nicht Also ich erwische mich manchmal selber, wenn ich sage, jetzt bei diesem YouTube-Ding Ich muss eigentlich mehr machen, ich könnte jetzt das und das machen Wie hast du das hinbekommen? Warst du schon immer so, hast du es dir antrainiert? Das kann ich auch noch nicht ganz beantworten Ich denke, jeder Mensch ist auch anders, ich kann auch nicht für andere sprechen Aber das hat sich halt immer mehr ergeben oder entwickelt Durch die Erfahrungen, die ich gemacht habe Und man verändert sich ja dann auch mit so einer Herausforderung Und die Grenzen verschieben sich Alles andere fällt plötzlich im Leben viel einfacher Jetzt so, sei es so Einkaufstüten tragen Das ist nichts mehr danach So weißt du, gar nichts Also so Kleinigkeiten einfach nur Einfach die Grenzen verschieben sich Man ist belastbarer Okay, dann lass uns zu deiner ersten Reise kommen Weil die Sevilla-Reise war deine erste Reise Oder das erste Extremsport Hast du davor irgendwie mal schon bei so einem Marathon oder sowas mitgemacht? Genau, gut, dass du das sagst Man wird mich nirgendwo in einem Marathonlauf sehen Weil das hat mich nie gereizt Das ist ja auch eine ganz andere Sportart, muss man wissen Ich sehe mich ja auch gar nicht als klassischen Läufer Marathon musst du verstehen Ein Marathonläufer trainiert für Tag X Und da muss er 100% sein Und er läuft auch auf Zeit Er will eine gewisse Zeit, die 42,2 Kilometer rennen Und dann packt er seine Sachen zusammen Geht nach Hause Isst wieder was Gemütliches Schläft in seinem Bett Das ist ja was ganz anderes Als was ich mache Und bei mir zum Beispiel Ich muss jeden Tag performen Und darf mich aber nicht völlig verausgaben Weil ich halt jeden Tag Oder mehr als die Distanz zurücklegen muss Und das ist halt einfach das Abenteuer Was den Unterschied macht Und was mich auch reizt Du bist mit dem Fahrrad dahin gefahren Jetzt kommt die erste Frage Warum Sevilla? Also warum bist du nicht irgendwie nach Keiner Ahnung Nehmen wir Istanbul weg Weil du bist danach nach Istanbul noch gelaufen Warum bist du nicht nach Rom gefahren? Weil ich eine Verbundenheit zu Sevilla habe Ich habe da mal eine kurze Zeit gelebt Habe da bei einer Gastfamilie übernachtet Und habe bis heute noch zu dem guten Kontakt Und deswegen als ich diese Idee hatte Das war ja sehr schnell Das ging alles Das war so Brainstorming Was ich im Kopf hatte Ich stelle mir das vor Sorry, dass ich noch alles unterbreche Ich stelle mir das vor Wie du zu Hause sitzt Am Handy und sagst Sevilla, let's go Ja genau So ähnlich war das Weil ich dachte mir Okay Ich fahre jetzt mit dem Fahrrad Aber wohin? Dachte ich Okay, das muss eine etwas längere Distanz sein Etwas länger Ja, so etwas längere Distanz sein Ja, wohin aber? Und dann dachte ich Sevilla Ist mir dann direkt eingefallen Weil ich dachte Okay Ich kann da die Gastfamilie besuchen Dann habe ich auch Als ich die Idee hatte Hab ich gesagt Okay, ich mach das Ich mach das Das war für mich klar Und dann habe ich sogar Dann Mario Das ist mein Gastbruder Angerufen Per FaceTime Und hab ihm gesagt Ey, ich komme euch besuchen Wieder mal Und dann sagt er Okay, wann kommst du? Ich so, keine Ahnung Ich weiß nicht Ich komme mit dem Fahrrad Ich habe keine Ahnung Wann ich ankomme Und die waren da so Wie bereitet man sich vor Wie hast du es gemacht? Wenn ich mir das heute angucke Ich denke mir, das ist alles falsch Also wenn ich mich jetzt Auf etwas vorbereite Natürlich plane ich das richtig Und weiß, was abgeht Aber da habe ich gar keine Ahnung gehabt Dann sag mir mal Wie hast du es gemacht? Zu viel gepackt Und ja Also auch das Rad Was ich hatte Ich habe unter meinen Kommentaren Ganz oft gelesen Ey, Respekt Dass er das mit so einem Rad gemacht hat Ja, das ist aber auch das Was mich auszeichnet Ich denke halt nicht nach Ich mache einfach Und manchmal ist so ein Sprung Ins kalte Wasser Genau das Richtige Und das war es auf jeden Fall Auch wenn es nicht immer gut ist Aber bei so einer Radreise Geht das noch Das kannst du so ohne Großvorbereit machen In Peru, glaube ich Wäre das nicht Genau Etwas Extremeres Das geht natürlich nicht Das wäre unvernünftig Und nicht so gut Das würde auch nicht funktionieren Aber man lernt ja daraus Aber diese Radreise Das war einfach Ich Reine Willenssache So alles war chaotisch Und falsch Wie hast du es denn gemacht? Du saßt zu Hause Und du hast dir gedacht Was nehme ich jetzt mit? Also du hast dir irgendwie überlegt Was nehme ich mit? Und wonach hast du sortiert? Du hast ja bestimmt ja auch gedacht Was denke ich logisch ist Du darfst nicht zu viel Gepäck mitnehmen Weil es wird schwieriger für dich Und was auch immer Also was waren deine Gedanken Zu dem Zeitpunkt? Du musstest es für die Leute beschreiben Ja wie gesagt Ich wollte nicht so lange drauf warten Deswegen ich wollte am besten Ich habe die Idee gehabt War voll euphorisch Und wollte direkt loslegen Ja deswegen dachte ich mir nicht Ich mache das nicht in drei Monaten Zwei Monaten Ich will direkt los Deswegen habe ich das Rad dann mir besorgt Und dann zu einem Fahrradhersteller Und habe mir das billiges Equipment geholt Und dann ging es sechs Tage später einfach los Ich habe dann Klamotten, Wechselkleidung Ich habe sogar, wenn ich heute darüber nachdenke Eine Jeans mitgenommen Ich dachte, kann ja sein Dass wenn ich irgendwo bin Dann abends noch rausgehe Und dann kann ich ja nicht so Ja heute lache ich darüber Aber ich finde es logisch Ja ich weiß Aber deswegen Es ist aber kein Extremsport Das war dann Das war für mich einfach so eine Reise Aber ich würde es heute natürlich anders machen Lass uns mal gehen Wie viele Kilometer sind es bis Sevilla? Da muss man sagen Ich bin nicht den direkten Weg gefahren Mache ich auch nie Die Route plane ich niemals ins Detail Weil ich mir das offen halten möchte Deswegen bin ich eigentlich voll die Umwege gefahren Auch in Deutschland Dann über Holland, Belgien Dann an der Küste von Frankreich Dann quer Also dann komplett durch Spanien auch Das waren also 3240 Kilometer Was sind denn normal? Weißt du das aus dem Kopf? 2, 7 Okay also so 500, 600 Kilometer extra Hast du da mal draufgelegt Wie gesagt, ich habe jetzt nicht in Hamburg Dann los geht es Und dann habe ich Sevilla eingegeben Navi Ich habe immer nur den nächsten Ort Ich habe immer geguckt Okay, heute wäre die 150 Kilometer Heute 180 Wo hast du auf deiner Reise so geschlafen? Also auf dieser Sevilla-Reise Bis dato hatte ich noch nicht so große Outdoor-Erfahrung Deswegen war ich da so Was mache ich? Übernachte ich draußen Und deswegen habe ich es bevorzugt In Unterkünften zu schlafen Und es geht auch leichter mit dem Rad Weil du kommst halt schneller voran Und dann auch noch in Europa Du findest halt überall was Und das ging dann auch gut Deswegen eher in Unterkünften Günstige Unterkünfte Mal wurde mal eingeladen und so weiter Das war dann noch so Okay, wie war der Start? Erzähl mir Du bist losgefahren Wie war die Reise? Voll euphorisch Also wie gesagt Ich dachte mir Ich habe immer diese Menschen beobachtet In YouTube-Videos Wie die so eine Fahrradreise machen Jetzt bin ich selber so einer Und ich habe mich einfach sehr, sehr gefreut Ich bin dann Ich glaube, der erste Tag war dann Ich bin dann von Hamburg nach Bremen gefahren So etwas über 100 Kilometer Bewusst auch zu meiner Familie Die leben in Bremen Und ja, dann kam ich da an Und die haben das immer noch nicht realisiert Was ich da mache Ich sage, ja, ich fahre jetzt Also hier ist jetzt nicht stopp Ich fange jetzt gerade erst an Es war halt Sommer Es war gutes Wetter Bist du davor schon mal so eine lange Strecke gefahren? Was war das Längste, was du mit dem Fahrrad gefahren bist? Keine Ahnung Ungefähr Keine Ahnung, 20, 30 Kilometer Also ich bin noch nie so sportlich Fahrrad gefahren Du bist verrückt Ich werde jetzt glaube ich das Nein, guck mal, ich sage dir mal was Meine erste richtige Ultramarathon-Distanz war bei meinem Projekt Das ist das, was ich meine Das ist aber alles so Kopsache Das ist so Bei mir ist so Ich generell, wenn ich eine Idee zurecht Zu etwas habe, dann weiß ich direkt Ich kann das Oder ich werde das schon können Ich mache einfach, ich kann das Und das ist schon die halbe Miete Findest du das eine gute Eigenschaft? Ja Also weil es geht Ja, dann kannst du auch mal scheitern Ja, wenn du so bist Aber dann sammelst du ja die wichtige Erfahrung Kann aber bei so einem Ultramarathon auch irgendwie schief gehen, oder? Ja, ja, aber wie gesagt Man hat ja dann nochmal allgemeine Erfahrungen gesammelt Auch wenn es nur eine Radtour war Ich habe dann nochmal Hast du als du losgefahren bist Dir irgendwie so ein Ziel gesetzt Wann du da sein willst Oder wie lange Du hast ja bestimmt ausgerechnet Wie lange wird man ungefähr brauchen Oder was will ich am Tag zurücklegen? Was hast du da berechnet? Ja, wie gesagt Auf dieser Radreise Da habe ich noch gar nicht Diesen Extremsportgedanken gehabt Das war für mich einfach so eine Reise Und deswegen habe ich da auch keinen Zeitdruck gehabt Hier auch mal Ein Tag Pause gemacht irgendwo Das würde ich heute nicht mehr so machen Erzähle ich dir auch später warum Das war voll entspannt Also ich hatte gar nicht so Eine Zahl im Kopf Wann ich ankommen muss Ich habe das Video gesehen Dein Fahrrad ist kaputt gegangen Ja Und ich konnte Das meinte ich Wenn ich mir das heute ansehe Ich konnte nicht mal ein Fahrrad flicken Oder Reifen wechseln Oder was Deswegen Aber das war jetzt auch kein Also wenn ich Aus heutiger Sicht Was ich jetzt so erlebt habe Bei meinen letzten Projekten Das war halt nichts Kindergarten Okay Ich habe gesehen Du hast das auch selber Alles dokumentiert gehabt Also da war jetzt nicht Irgendwie ein Team dabei Was dich Oder was auch immer War dann irgendwie ein Sponsor Oder was auch immer Alles auf eigene Faust Genau Ich habe halt die Idee gehabt Mit dem Rad Und dann dachte ich mir Einen Tag vor der Reise Ey Irgendwie muss ich das füllen So Also wolltest du gar nicht am Anfang Also war gar nicht geplant Nein Das war gar nicht geplant Boah Irgendwie muss ich das füllen Wäre vielleicht interessant Aber ich habe mir so Mühe gegeben Ich habe auch so ein Stativ dabei gehabt Manchmal habe ich dann wirklich Stehen geblieben Stativ rausgeholt Kamera aufgestellt Bin zurückgefahren Bin an der Kamera vorbeigefahren Bin dann wieder ausgestanden Habe Kamera abgebaut Und wieder weiter Das habe ich oft gemacht Weil ich dachte Weil ich bin halt wirklich ein Mensch Wenn ich etwas mache Dann gebe ich mir wirklich Mühe Und bei dem Filmen War mir das auch wichtig Und ich Das war dann immer auch schon ein Wunsch Das zu filmen Wir werden natürlich dein Video Auch unten in der Beschreibung markieren Ich würde mich An alle Zuschauer freuen Wenn ihr den Kanal von Savas Natürlich abcheckt Und auch ein Follow da lasst Okay Du bist losgefahren Wie lange hast du insgesamt gebraucht Bis nach Sevilla 32 Tage 32 Tage Also man berechnet 3200 Kilometer Ungefähr 100 Kilometer Das sagt Du hast einen Tag Pause gemacht Ich habe öfter mal ein Tag Pause Also ein paar Mal Kann das vor Was glaubst du wie schnell Wie schnell würdest du die Route heute schaffen Ohne Pause Und jetzt noch ein bisschen erfahrener Vielleicht körperlich auch noch besser Vielleicht mit einem besseren Rad Weniger Gepäck Safe Also ich würde Locker Täglich über 200 Kilometer fahren Zwischen 200 250 Von hier bis Hamburg fast Ja Jeden Tag Das ist halt wie gesagt Deswegen Ich wollte das Video schon lange rausnehmen Aus meinem Video Weil Ich stehe dazu Natürlich das sind schöne Erinnerungen Für mich auch Aber es ist ein bisschen Für mich jetzt Weil ich wirklich Das beruflich mache Und professionell mache Ist es schon ein bisschen Schädigend Weil Wirklich? Ja Ich erzähle dir warum Weil Wenn sich jemand Mit mir nicht befasst Und schaut dieses Video an Denkt er sich Was ist das für ein Vogel Er hat ja gar keine Ahnung Nein Ich erzähle dir warum Also ich selber denke mir das ja Jetzt aus heutiger Sicht Was mache ich da? Ich kann mir das selber gar nicht mehr angucken Null Und ich sage dir mal Warum ich das jetzt immer noch stehen habe Ich dachte ey Das hilft mir Ich will mir meinen Namen aufbauen Ich will ernst genommen werden Als Extremsportler Von Firmen Von Unternehmen Von Sponsoren Von all den Menschen Ich will der beste Extremsportler der Welt werden Und dann kann ich nicht so ein Altes Radvideo noch im Netz haben Stimmst du mir zu jetzt? Nein Doch Ich erzähl dir mal warum Warum ich das jetzt noch lasse Weil Mir Ganz oft Menschen geschrieben Natürlich Die ganzen Nachrichten Die man bekommt Ey Das hat mich voll inspiriert Mir hat auch mal Jemand geschrieben So eine E-Mail Der hat mir geschrieben Der hat das Video sich angesehen Und der wollte auch Immer mal so eine Radtour machen Und der hat sich irgendwie nicht getraut Oder Und das hat ihn wirklich Mut gegeben Und inspiriert Dass er gesagt hat Okay ich mach das jetzt auch Und dann ist er von Bonn Nach Lissabon gefahren Mit dem Rad Das war für mich voll die Ehre Und ich dachte ey Er hat jetzt mein Video gesehen Und das hat ihn inspiriert auch so etwas zu tun Ich weiß wie das einen so positiv verändert So eine Reise Und das war Da war ich echt glücklich Und das kam nicht nur einmal vor Aber ich muss dir sagen Ich hab das Video gesehen Und ich hab auch natürlich Das Peru Video gesehen Was ja natürlich professionell gedreht wurde Und alles drum und dran Und ich muss sagen In dem Video Dieses Video bringt für mich Kommt viel persönlicher rüber Weil ich sehe Du hast es selber aufgenommen Es ist so ein bisschen Nicht so ganz professionell Alles drum und dran Es ist mit Herz gemacht Das ist einfach Das ist auch Weil du ansprichst Ich kann mir das nicht mehr angucken Wenn ich mir meine alten Interviews angucke Oder beziehungsweise Einer meiner ersten Dann sehe ich da auch ab und zu Schnittfehler Videofehler Tonfehler Was auch immer Und dann denke ich mir so Ey guck mal wie scheiße das eigentlich ist Und im Nachhinein denke ich mir Gucke ich mir heute die Sachen an Und ich sehe den Fortschritt Und dann bin ich stolz drauf Und ich denke Du könntest auf deinen Fortschritt Auch sehr sehr stolz sein Ich habe einen Vergleich Auf jeden Fall Und ich finde das Also meine Meinung Wenn du sie hören willst Und ich denke Also an alle Zuschauer Guckt euch unbedingt das Video an Auf seinem Kanal Ich denke alle werden mir zustimmen Sagen lass es unbedingt drauf Weil es ist so Du wirst in 20 Jahren Sagen wir du machst noch 50 Ultramarathons Oder was auch immer du gemacht hast Und du wirst irgendwann darauf schauen Und sagen Das ist der Ursprung Oder vor allem auch die Leute werden sehen Was der Ursprung ist Oder weil wenn die jetzt die Leute Sich das Peru Video angucken Die würden denken Das ist der Ursprung Aber die wissen gar nicht Wo hat denn seine Reise begonnen Also natürlich wäre es krasser gewesen Wenn die Sevilla Reise Auch professionell gewesen wäre Aber für mich ist das viel persönlicher Und ich muss sagen Das ist authentisch Sehr sehr gutes Video gewesen Also Danke dir Also habe ich das noch gar nicht gesehen Deswegen das hat mich nochmal motiviert Das Video online zu lassen Also wie gesagt Es ist meine Meinung Du kannst mit dem Video machen Was du willst Aber es ist Ich finde so dieser Fortschritt immer Ich finde es auch viel geiler Wenn alles so ein bisschen Wie ich sagen Es ist so dieser Hinterhof-Vibe Also von alles selber gemacht Nicht so professionell Und zu dem was es jetzt ist Also die Peru-Doku Wenn man es so nennen darf Und bald kommt ja auch Der Kinofilm raus Das ist die richtige Doku Die kommen wird Aber darauf kommen wir Auf jeden Fall nochmal später zu sprechen Was waren besondere Momente Oder was waren nicht so schöne Momente Die du auf der Reise gehabt hast Da waren ja bestimmt Einige Sachen An die du dich erinnerst Auf so ein Abenteuer Auf so ein Abenteuer ist Jeden Tag Hast du eine andere Herausforderung Jeden Tag Mal ist es An dem Tag hast du eine Krass Gebirge Wo du zu kämpfen hast Oder da hast du viel Gegenwind Oder da hast du mal Was anderes Und am Ende des Tages Hast du immer so ein Erfolgserlebnis Dass du es geschafft hast Dass du dich überwunden hast Und du die Kontrolle Über dich selbst hattest Und du hast halt jeden Tag Dieses Erfolgserlebnis Und das war halt jeden Tag Wie so ein kleiner Sieg Für dich Hast du Momente gehabt Wo du aufgeben wolltest Nee Gar nicht Gar nicht Selbst wenn ich wollen würde Ich könnte nicht Ich kenne mich Ich kann nicht Also das habe ich auch Wie gesagt Das kann ich auch Bei der Istanbul-Reise Und bei der Peru-Reise Da kann ich dir auch Beispiele zu sagen Aber ich Nee Ich könnte nicht Ja weil vielleicht Also das ist ja auch Deine erste Reise gewesen Dass man vielleicht sagt Okay komm Jetzt Ja ich bin schon müde Jetzt mal ein paar Kilometer Mit dem Auto fahren Oder mit dem Bus oder so Aber genau Darum geht es mir ja nicht Ich mache das ja wirklich Aber du bist ein Mensch Und du weißt Wie Menschen sind Also obwohl man Gucken muss Ob man sich noch Zum Menschen zählt Nach der Peru-Reise Aber weißt du Der Mensch hat immer So einen Trieb von Es sich erleichtern Und sagen Ja okay Weiß doch keiner Nach dem Motto Ich fahre jetzt einfach 4-5 Tage mal mit dem Bus 500 Kilometer weiter Aber darum geht es mir Ja wirklich nicht Ja klar Ich mache das ja Es hört sich verrückt an Aber ich will ja Dass es schwierig wird Ich will nicht Dass es einfach wird Und ich hoffe immer Dass was passiert Ich hoffe dass was schief geht Auch vor meiner Das habe ich schon Vor meiner Radreise gehabt schon Ich weiß nicht warum Ich habe zu meinem Kumpel auch gesagt Ja ich war so euphorisch Es soll was passieren Weil es Die ersten Wochen Ging alles glatt Das ist voll langweilig Dachte ich mir Und dann es soll Und dann fing es auf einmal an Ne Ich habe danach gefragt Ich habe es bekommen Und dann kamen So ganz viele Schwierigkeiten Und dann dachte ich mir Ja geil Deswegen Ich sage ja Man muss das lieben Das könnte man niemals machen Wenn man gar keinen Bock Darauf hat Klar Dann lass es Dann geht nicht Egal wie fit du bist Egal wie viel Ausdauer du hast Du könntest das niemals schaffen Wie lief dann so die Zeit Danach Also du bist ja nicht 2 Tage nachher Wieder losgelaufen Sondern was stand an Also wie hast du die Gedanken Darüber gemacht Wie kam es dazu Dass du dann die nächste Reise Die Istanbul Reise Begonnen hattest Laufen war immer schon Da in meinem Leben Es war einfach da Aber dann so Dass ich lange Distanzen Angefangen zu laufen Das habe ich dann Als gesagt Nach der Sevilla Reise Da bin ich auch mal Auf die Idee gekommen Von Von Hamburg nach Bremen zu laufen Das sind so 100 Kilometer Bei diesem Lauf Habe ich mir auch gedacht Okay Ja Geht auch Also geht noch mehr So Das hat mich dann Das hat mir auch nochmal Sehr gefallen Wie lange hast du dafür Gebraucht Für Bremen Hamburg Weiß nicht Lass mich schätzen Bist du durchgelaufen Ja Ich habe es zweimal gemacht Beim ersten Mal Beim ersten Mal Hatte ich mich verletzt Ist eine lange Geschichte Und beim zweiten Mal Bin ich dann durchgelaufen Neun Stunden Ja Wirklich jetzt Ja Ich habe jetzt irgendwas gesagt Ich habe auch Weiß gar nicht Wie ich gerechnet Also man kann es gar nicht Rechnen oder Also man kann es bestimmt An nach so einem Kilometer Anzahl betrachten Aber wie gesagt Du kannst natürlich Schauen So 10 Kilometer Wie schnell läuft man So ungefähr 10 Kilometer Wie lange Zeit ist vergangen Bis du nach Istanbul Gelaufen bist Für mich war das so Ich Von mir aus Hätte ich nächsten Monat Schon direkt Die nächste Reise machen können Und dann war das ja 2021 Ein Jahr später glaube ich Und du musst auch dir vorstellen Man zahlt ja auch alles selber Aber das ist für mich Irgendwann werde ich damit irgendwie Erfolg haben können Dann lass uns hier auch mal zu einer wichtigen Frage Zur Planung gehen Also wie plant man so eine Reise zu laufen Also du bist von München nach Istanbul gelaufen Wie viele Kilometer waren das? Auch da bin ich nicht die direkte Route gelaufen Weil die zu kurz ist, ne? Nein, wegen dem Weg Ich wollte viel mehr sehen Okay, verstehe Dadurch bin ich halt durch Südosteuropa gelaufen Dadurch bin ich durch neun Ländergrenzen gelaufen Und deswegen bin ich auch ein bisschen länger gelaufen Und das war für mich okay Und ja, erstmal genau Erstmal eine Idee haben Wolang möchte ich laufen Dadurch ist das Projekt so entstanden Ich habe grob gesehen Ich laufe ja okay Hier durch diese Länder Wie hast du dich organisatorisch darauf vorbereitet? Weil jetzt ist ja nochmal ein bisschen schwieriger Was du mitnimmst Ja Klar ist beim Laufen Da kannst du nicht viel Gepäck mitnehmen Gar nicht Es ist kein Wandern Ich renne wirklich Und da kannst du nicht so viel Gewicht mitnehmen Das zieht einen nochmal runter Deswegen für mich war klar Nur das Nötigste mitnehmen Ich habe dann einen Laufrucksack auch gehabt Auf der Istanbul-Reise waren es glaube ich 15 Liter Volumen Technik wie Powerbanken Gute Powerbanken braucht man Dass man halt immer Akku hat Stirnlampe Wenn man halt abends oder nachts unterwegs ist Akkus und so weiter Wechselzeug vielleicht Da habe ich auch einen Schlafsack und so gehabt Für die Not Aber selbst auf dieser Reise Habe ich immer noch mir gedacht Okay, wenn es möglich ist Unterkunft Wenn nicht, dann zur Not draußen Wie gesagt, du musst dir vorstellen So wie ich aussehe Südländer Läuft durch Osteuropa Hat man das Gefühl Okay, das ist ein Flüchtlingskampf Das ist ein Flüchtling gerade Der auf der Flucht ist Der rennt über die Grenze Aber in die falsche Richtung Okay Und das war für mich So ein Nachteil auf dieser Reise Und was die Reise echt Nicht so schön gemacht hat Oft Weil ich Jeden Tag von Polizisten angehalten wurde Oder Probleme an den Grenzen hatte Weil wirklich Weil gedacht wurde Okay, das ist ein Flüchtling gerade Auch wenn ich Einen deutschen Pass habe Selbst daran hat man dann gezweifelt So, hey, wo hat das her Hast du das gefälscht Und haben Anrufe Ich so, nein Das war halt wirklich anstrengend Oder auch in europäischen Also osteuropäischen Ländern Wo ich unterwegs war Gerade in so kleineren Orten Da wird man jetzt nicht so herzlich empfangen Nicht immer, ne Weil man Man kommt einfach nicht drauf Der Typ Das ist einfach nur jemand aus Deutschland Der läuft hier nur Da kommt man gar nicht drauf Ja, richtig Und ich sah jetzt Ich habe jetzt keine Freshe Jeans gehabt Und freshe Kleidung Ich war jetzt mit Laufsachen War schon dreckig Unrasiert Man hat schon gedacht Okay, was ist das denn, ne Und dementsprechend wurde man behandelt auch Ob ich jetzt in Restaurants war Im Supermärkten, ne Die Leute waren teilweise sehr unfreundlich Aber natürlich auch Sehr schöne Begegnungen gehabt Und sehr nette Menschen Aber das war so die Erfahrung Die ich gemacht habe oft Das war dann nicht so schön Ja, da habe ich mich wirklich Irgendwann wie so ein Mensch Zweiter Klasse gefühlt Wo ich wirklich mit den Flüchtlingen Auch wirklich mitgefühlt habe Und danach, nach meiner Reise Habe ich auch wirklich versucht Da in die Richtung Mich einzusetzen Weil, ja Das war das erste Mal für mich Ja Mich so zu fühlen Irgendwann habe ich das so abgefuckt Wenn ich mal so sagen darf Dass ich dann von alleine Zu den Polizisten gegangen bin Wenn die irgendwo auf der Straße waren Weil ich wusste Wenn ich das nicht mache Die kommen eh gleich zu mir Und man wurde dann auch mal Umzingelt von mehreren Polizisten Dann ist so, hey Konnte ich das zum Glück beweisen Durch mein Instagram einfach Durch die Bilder Und dass ich das so aus sportlichem Aspekt mache Es ist ja nicht so einfach Wie was wir davor schon angesprochen hatten Komfortzone Und diese mentale Stärke Hast du da immer schon so ein bisschen Ja, wie soll ich sagen Hast du dich immer so ein bisschen weitergebildet Oder versucht deine mentale Stärke Noch mehr zu stärken Oder warst du immer schon so So wie du bist Ich denke Man entwickelt sich natürlich immer weiter Man kann sich überall Inspiration holen Aber ich denke Das war eigentlich immer schon bei mir so Egal was ich gemacht habe Du hast ja den Weltrekord aufgestellt Ja Was ist denn die längste Strecke Die davor gelaufen wurde? Es gibt unzählige ähnliche Projekte Ich kenne nicht alle Ich habe mich da Sag mal eins was du weißt Welche Strecke hast du schon mal gehört Dass die gelaufen wurde Wo du sagst Alter krass Sag mal was der gemacht hat Also es gab auch eine Strecke Die knapp über 5000 war Gibt es auch Aber bei mir Bei mir Mit diesem Projekt Peru Die Distanz Die ich zurückgelegt habe Das war eigentlich das Einfachste Ich hätte auch 10.000 Kilometer laufen können Das ist irgendwann Gar nicht mehr wichtig Warum ich das in Peru gemacht habe Das war das Schwierige Dass ich es in Peru gemacht habe Durch die extremen Bedingungen Was eine krassere Zahl ist Als diese 5.170 Kilometer Sind die 230.000 Höhenmeter Ich hätte wie gesagt Ich hätte auch irgendwo anders laufen können Diese 5.000 Das wäre 100% leichter gewesen Deswegen dass ich es in Peru gemacht habe Mit den extremen Bedingungen Mit den Klimazonen Mit den Regionen Mit Ja das ohne Support zu machen Das ist auch ganz ganz wichtig Du kannst natürlich dasselbe machen Hast aber ein Support Team dabei Die mit dem Wohnmobil neben dir her fahren Die immer Wasser geben Was zu trinken geben Wo du deine Taschen nicht tragen musst Mit viel Gewicht Wo du weißt am Ende Egal wie hart das gerade ist Am Ende werde ich immer was zu essen haben Ich werde immer schlafen können Das ist was ganz anderes Als wenn du wirklich Das so machst Wo du ey gar nicht weißt Okay werde ich Okay dann lass uns zu dem Peru Thema Gleich nochmal kommen Lass uns nochmal zum Istanbul Thema Du bist gelaufen Wie lange hast du für die Istanbul Reise gebraucht? Insgesamt Das waren 45 Tage 2246 Kilometer Das ist schon viel 45 Tage Wenn ich mir vorstelle Ja Wirklich Ich bin wirklich geflasht Ich weiß nicht ob du das merkst Ich weiß nicht ob ihr das merkt Aber das ist für mich einfach unvorstellbar Wie man so lange laufen kann Also natürlich kann man sagen Das ist wie einer Der jetzt keine Ahnung Jeden Tag zum Training geht Und Fußball spielt Oder was auch immer Aber da kommen diese ganzen Finde ich Diese mentalen Dinge noch Viel mehr zum Vorschein Dass du sagst Du weißt gar nicht Was auf deinem Weg passiert Also wenn ich jetzt Wie viele Kilometer Bist du an dem Tag Pro Tag gelaufen circa? 50 50 Kilometer Wenn ich jetzt weiß Ich muss jeden Tag 50 Kilometer laufen Ich gehe danach nach Hause Ich kann duschen Ich kann entspannen Und was auch immer Und ich weiß Morgen muss ich es wieder machen Es ist ja viel einfacher Wie du Der gar nicht weiß Wo er nach 45 Kilometern Oder nach 50 Kilometern ankommt Also du weißt ja gar nicht Wo du bist Du kennst ja nicht den Weg auswendig Also das finde ich Ist noch viel viel krasser Und viel bemerkenswerter Als dann auch Wie du schon sagst Die Distanz Aber wie gesagt Das ist genau das Was ich daran liebe Diese Ungewisse Das ist der Reiz Da kannst du mich Ruhig verrückt nennen Da kann ich dir vielleicht recht geben Was sagen deine Freunde Und Familie dazu Zu dem was du machst? Boah Das ist auch wieder So ein langes Thema Wie gesagt Türkische Herkunft Alleine sind die Mutter Meine beiden Geschwister Haben mit Sporten Nix am Hut Natürlich Checken die das nicht so Deswegen Es ist halt ein schwieriges Thema Gewesen auch Wo ich mich damals Dann entschieden habe Ich folge jetzt wirklich Ich fokussiere mich jetzt Zu 100% darauf Kündige meinen Job Mach nix anderes mehr Als das Auch wenn es gar nicht Danach aussieht Als wenn ich damit Damit irgendwie erfolgreich Sein könnte Oder werden könnte Das war dann Eine harte Zeit Weil Ja die haben das da Natürlich Aber um die In Schub zu nehmen Ist ja klar Du kannst nicht zu deiner Mutter Gehen und sagen Ich kündige jetzt meinen Job Ich folge meinen beruflichen Perspektiven nicht Der ist verrückt Wirklich daran zu glauben Einfach besessen Viel Marketing Selbstvermarktung Das ist auch sehr wichtig Aber für mich war das Dann mein Traum Viele wird dieses Video Hier auch motivieren Mehr Sport zu machen Ich glaube also Ich denke nicht Dass nach dem Video Jetzt alle Leute Nein Für mich ist das Inspirieren Genau Ja Inspirieren Und für mich Aber auch motivierend Denke ich Ja motivierend Also weil jetzt wird Irgendeiner wird sich zu Hause Das Video angucken Und wird sagen Ey guck mal Was dieser Typ gemacht hat Guck mal Was er geschafft hat Und ich kann nicht mal 30 Minuten joggen gehen Also inspirieren So oder so Das brauchen wir Die gar nicht abstreiten Aber ich sage auch motivierend Weil ich denke nach Diesem Video werden Sehr viele Leute Ich glaube ich spreche Im Namen vieler Zuschauer Sagen Ich fange jetzt mit Sport an Oder ich versuche einfach Mich Was du ja auch gesagt hast Was sehr wichtig ist Mental einfach Mehr zu stärken Und besser zu werden Und ich denke Dass so eine Videos Oder generell So eine Geschichte Wie du sie hast Sehr viel dazu beiträgt Dass auch andere Leute Mehr machen Oder auch Was immer Was ich schon mal sage Was sehr wichtig ist Mehr aus sich rausholen Ja Weil jeder hat irgendwo Was Kleines Was in ihm steckt Was er einfach nur Wie du sagst Die Bestimmung zu finden Einfach aus sich Herauszukommen Finden das Was für einen gemacht Und zu sagen Nach dem Video Werden es ganz viele schaffen Genau Das ist ja auch mein Größtes Ziel Ich möchte einfach Viele Menschen inspirieren Und egal was ich In 10 Jahren Wenn ich mal zurückblicke Und ganz viele andere Große Projekte hinter mich habe Und Rekorde gebrochen habe Was auch immer Dauer für dich zurückblicken Und sagen cool Aber wo ich stolz sein möchte Ist so Dass ich viele Menschen Inspirieren konnte Ich bin auch nur ein Mensch Ja Wenn ich jetzt jeden Tag 60 Kilometer laufen kann Dann könnt ihr auch Vielleicht 5 Kilometer 10 Kilometer laufen Das ist halt wirklich Nur Kopfsache Wie schafft man es denn Weil du sagst Es ist nur Kopfsache Also Ich habe auch ab und zu Das Problem Dass es im Kopf Bei mir nicht funktioniert Ich weiß Ich würde dir sagen Du kennst es doch bestimmt auch Aber ich denke Du kennst es nicht Also wenn du zum Beispiel weißt Du musst eine Sache jetzt machen Weil sie vielleicht gut für dich ist Aber du kannst es irgendwie nicht Welchen Tipp kannst du Einigen Leuten mitgeben Dass sie es Oder kannst du einen Tipp mitgeben Wie jemand sich da irgendwie versucht Oder stärken kann Kannst du da irgendwie Guck mal ich bin einfach nur jemand Der eine große Leidenschaft für etwas hat Und dann ist es für mich Stellt sich die Frage gar nicht Oder es kommt gar nicht vor So ich habe keinen Bock So Es ist für mich Meine große Leidenschaft Also das Feuer brennt dir so stark Genau Ich brauche auch nicht Niemand muss mich zum Training zwingen Oder niemand muss mich zum Training motivieren Ihr müsst euch vorstellen Ich trainiere so hart wie es geht Ja Komm zu Hause an Isst Esst Was Setz mich auf die Couch Fang an so schlechtes Gewissen zu bekommen Weil ich mir denke Ey was sitze ich hier rum Ich muss wieder trainieren So Das Training war niemals das Harte Ich weiß noch Wo ich in Peru Ankam Lima Wie davor weggenommen Als ich dann das Gefühl hatte Ich habe es geschafft Ich habe etwas ganz Großes geschafft jetzt Meine Schwester hat mir dann gesagt Du kannst stolz sein Du hast echt hart dafür trainiert Ich so nein Das war nicht das Harte Das war das Einfachste überhaupt Ich liebe das Ich liebe es hart zu trainieren Das Schwierigste war halt Für mich Geduldig zu sein Weiter zu machen Nicht aufzugeben Auch wenn es gar nicht danach aussieht Als wenn ich damit irgendwie Erfolg haben könnte Weil viele Wollen immer etwas Die tun dann ein bisschen was Und erwarten dann nächste Woche schon etwas dafür Dass die direkt damit Erfolg haben Für mich ist diese Hartnäckigkeit Nicht aufzuhören Bis du es dann geschafft hast Egal wie schwer die Umstände sind Und für mich Was der größte Gamechanger für mich war Thema Motivation Jetzt fragt man sich Ich habe ja wirklich alles aufgegeben Ich habe Job gekündigt Alles auf Plan A gesetzt Kein Plan B mehr gab Bewusst nicht mehr Wollte ich nicht haben Weil für mich war klar Plan A Extremsportler werden Damit Erfolg haben Muss passieren Ich will nichts anderes Wie konnte ich mir jetzt so sicher sein Woher habe ich jetzt diesen Mut gehabt Diesen Weg zu gehen Auch wenn ich bis dann Gar keinen Cent damit verdient habe Für mich war das eine Erkenntnis Was eigentlich voll einfach ist Aber ich habe es ganz spät erst gehabt Im Leben Dass Erfolg Eigentlich nur eine Entscheidung ist Und das habe ich ganz spät erst gecheckt Diesen Satz Ich dachte mir Warte mal kurz Ich kann auch Erfolg haben Nur wenn ich hart dafür arbeite Hart dafür trainiere Und geduldig bin Und auf meine Zeit warte Hä? Nichts leichter als das In meinem Fall Weil ich habe Das war für mich nie ein Problem Ich war immer schon sehr ehrgeizig Egal was ich gemacht habe Sehr ehrgeizig Energievoll Motiviert Immer schon gewesen Nur ich wusste nicht wohin damit Ja? Das war das größte Problem Deswegen ist Regel Nummer 1 Immer Du musst erstmal eine Vision haben Ja? Du musst eine Leidenschaft für etwas haben Und für mich war diese Erkenntnis Der absolute Game Changer Wo ich dann die Sicherheit habe Nee, ich werde damit Erfolg haben Weil Das wird sich irgendwann durchsetzen Das ist sehr inspirierend Also ich muss sagen Ja Das ist für mich Ich sage dir ganz ehrlich Viele sagen Ja, du inspirierst so viele Menschen Wer inspiriert dich? Ich schwöre es dir Mich inspirieren Menschen Die Ihrer Leidenschaft nachgehen Ja? Und deswegen Finde ich dich Auch super klasse Dankeschön Ich habe ja deine Videos gesehen Und ich habe auch gute Menschenkenntnisse Ich habe wirklich all deine Videos gesehen Und ich sehe auch Dass du Richtig Eine Leidenschaft dafür hast Dass du da Wirklich was Großes schaffen möchtest Und ich glaube wirklich daran Und das ist das, was ich meine Wenn du geduldig weiter machst Klar 100 pro Und das inspiriert mich Du inspirierst mich auch Egal was Nein, also wenn du das sagst Ist für mich schon Nein, 100 pro 100 pro Egal Jeder inspiriert mich Der seiner Leidenschaft nachgeht Und dabei bescheiden ist Und hart dafür arbeitet Deswegen Macht etwas, was ihr Was euch Was euer Leidenschaft ist Deswegen Dann braucht ihr auch niemanden Der euch irgendwie motiviert Weißt du, was ich ab und zu schwierig finde? Weil du sagst Die Berufung finden Ich glaube dieses Die Berufung Oder die Bestimmung Für irgendwas zu finden Ist glaube ich auch nicht so einfach Ich habe auch studiert Ich habe gearbeitet Alles drum und dran Und ich habe auch immer Meine Berufung Oder meine Bestimmung gesucht Und meiner Meinung Sie jetzt auch In dem hier gefunden Aber ich glaube Also viele haben dieses Problem Das zu finden Wie findet man das? Also weil Das ist jetzt auch nochmal So eine Sache Ich frage dich Wie man es findet Ich kann es bei mir Aber auch nicht beschreiben Also wie ich meine Bestimmung Für das gefunden habe Kannst du es irgendwie beschreiben? Ich kann dir sagen Dann kannst du sehr dankbar sein Weil das ist echt Das größte Geschenk Wenn man Wenn man seine Seine Leidenschaft Seine Berufung Seine Bestimmung findet Und eine Vision hat Für etwas Das ist das größte Geschenk Ich habe mein Leben lang Danach gesucht Ich war immer lost Ich habe immer irgendwas gemacht Ich habe immer irgendwas angefangen Ich habe sehr viel gemacht Und das bereue ich auch nicht Weil ich habe dadurch Überall Erfahrung gesammelt Was mir heute hilft Bei meinem Mindset Bei meinen Projekten auch Aber ich denke Ich glaube 100% daran Dass in jedem Menschen Auf dieser Welt Ein Genie steckt Nur die Frage ist Ob dieser Mensch Das im Laufe seines Lebens Das für sich entdeckt Jeder Mensch kann etwas Richtig krass Nur Die Menschen stehen Sich selber im Weg Ja Und dann finden sie es nicht heraus Oder die können richtig was gut Trauen sich dann aber nicht Was denken die anderen Wie fange ich an Und haben Weißt du Das ist das Problem Aber ich glaube Jeder Mensch ist ein Genie einfach Und deswegen bin ich wirklich Einfach nur richtig dankbar Dass ich eine Leidenschaft habe Für etwas Und das würde ich euch auch raten Und jetzt fragst du Wie kann man das so Für sich entdecken Indem man diese Eigenschaften hat Diese Charaktereigenschaften Indem man bereit ist Mal was auszuprobieren Nicht groß nachdenkt Einfach mal Dinge tut Wenn du etwas tust Dann entsteht wieder was Neues Neue Türen öffnen sich Ob du willst oder nicht Und dadurch entsteht dann wieder was anderes Das ist so ein Domino-Effekt Aber viele Leute haben Angst davor Also es ist ja Es ist ja ein Es ist ein menschliches Und ein psychologisches Also aus der Natur gegeben Dass du Angst hast vor Neuem Weil angenommen jetzt Du weißt hinter der Tür Verbürgt sich etwas Was dir aber auch Gefahr bringen könnte Dann überlegst du dir ja zweimal Ob du die Tür aufmachst Weißt du was ich meine Also wenn du jetzt die Tür aufmachst Und du weißt Entweder stirbst du Oder lebst du weiter Was machst du Du würdest dich vielleicht eher dafür entscheiden Die Tür zuzulassen Obwohl da vielleicht aber auch das Paradies Sag ich mal sein könnte Und das ist das Problem von vielen Menschen Dass sie auch Auch sozial gegeben Angst haben vor dem Was andere Leute sagen Es ist ja Also du Bei dir haben deine Familie Oder Freunde gesagt Ey der ist verrückt Bei mir haben Leute gesagt Ah guck mal YouTuber Der macht sich lächerlich Oder was auch immer Und ich glaube Und ich glaube dass das Von vielen Leuten Auch das Problem ist Neues zu machen Angst davor Was andere sagen Einfach auch Wir nehmen jetzt wieder Dieses Wort aus der Komfortzone Rauszukommen Und einfach mal vielleicht auch Das zu machen Was ihnen Spaß macht Und also Ich glaube dass viel auch Gesellschaftlich das Problem ist Ja aber Das ist auch nochmal Dann kommt das Hängt das an An dir an Weißt du Für mich bei mir ist das so Ich möchte niemals Etwas bereuen im Leben Das war für mich das Schlimmste überhaupt Wenn ich irgendwann mal Zurückblicke und sage Oh ich habe das nicht gemacht Oder so Ich möchte niemals etwas bereuen Nicht getan zu haben Das ist ein guter Spruch Den habe ich auch Also ist ein Leitsatz von mir Wenn du im Sterbebett liegst Wirst du nicht das bereuen Was du gemacht hast Sondern das was du nicht gemacht hast Ja sehr schön Genau Weil du wirst immer dir sagen Hätte ich mal an dem Tag Das und das gemacht Dann Aber dann ist es leider zu spät Ja ist so Deswegen Also ich mache einfach immer Und bei mir ist nochmal der Unterschied Ich denke sehr sehr groß Das auch Warum viele Menschen Erfolg haben Ob es Schauspieler Sänger Irgendwas sind Das waren einfach nur Menschen Die vielleicht nicht viel besser waren In dem Bereich als andere Die haben einfach mal Den Mut gehabt Größer zu denken Oder verrückt zu denken Sagen ich mach das Irgendwie Wobei man sagen muss Da ist auch Also na klar Soll man groß denken Man soll aber auch nicht Größenwahn haben Also jetzt Das ist auch wichtig Zu betonen Nein Wenn du da draußen Was starten willst Natürlich auch alles Ich will nicht sagen Im Rahmen des Möglichen Aber halt schon Ja ich will auch nicht sagen Mit Grenze Also mit einer Grenze Weil Grenzen gibt es auch Nur in deinem Kopf Aber du kannst mir jetzt nicht erzählen Dass du nächste Woche Irgendwie fliegen kannst Also du weißt was ich meine Es muss auch schon irgendwo realistisch sein Was geht auch Wenn ich etwas sehe Okay Das ist Es ist möglich Dann weiß ich direkt Ich kann es auch Ja Oder wenn nicht jetzt Dann werde ich es können Ich bin mir da sicher Das ist so Okay es ist möglich Ich kann es machen Klar Vor allem bei einem anderen Menschen Also es ist ja Da gibst du auch ein Beispiel Es gab Ich kenne die Geschichte Nicht so 100% Aber es geht ungefähr so Es gab mal irgendein Rekord Ich weiß nicht was es genau war Und dieser Rekord Ging dann für Über ganz viele Jahre Keiner hat mehr versucht Diesen Rekord zu brechen Weil alle dachten Okay das ist unmöglich Ist unmöglich Dann kam irgendjemand Der so dachte Ich versuche es jetzt mal Ich breche diesen Rekord Alle haben ihn belächelt Und dann hat er diesen Rekord gebrochen Und dann dachten sich Hä Und dann haben mehrere Leute Das versucht Und dann wurde dieser Rekord Die ganze Zeit Wieder neu gebrochen Und das ist das ich meine Das scheint immer Unmöglich zu sein Bis einer kommt Das ist auch mein Reiz Etwas zu tun Was unmöglich scheint Es dann trotzdem zu tun Und für mich gibt es dabei Gar kein Scheitern Scheitern tust du nur Wenn du es gar nicht versuchst Du sagst größtenwahnsinnig Und da will ich nicht Abgeschempelt werden Von vielen Bei mir ist es so Ich muss immer Diesen Reiz sehen Ich muss Respekt Vor dieser Reise haben Jetzt haben sich Meine Grenzen Wieder verschoben Mit dieser letzten Reise Das heißt Ich würde niemals Mehr dasselbe nochmal machen Weil dann weiß ich ja schon Ich hab es ja schon gemacht Deswegen Natürlich denke ich größer Weil sich die Grenzen Einfach verschoben haben Ich will ja wieder An meine Grenzen kommen Und diesen Reiz sehen Diesen Respekt davor haben Das wird natürlich immer größer Irgendwann mal Wird das dann so groß sein Dass man mal vielleicht scheitert Und dann weiß ich Für mich Ah ok Hier sind meine Grenzen Ja krass Ich hab jetzt Meine Vielleicht so was groß Die menschlichen Grenzen Gedestet Und das ist für mich Kein Scheitern dann Du denkst dir Der macht es doch Oder ich muss nur dafür arbeiten Dann kann ich es auch schaffen Aber andere Leute Verstehen diesen Satz nicht Die verstehen das nicht Dass sie es einfach nur machen müssen Sie müssen dranbleiben Hart arbeiten Und dann klappt es bei denen auch Die verstehen das nicht Deswegen ist es umso wichtiger Es immer wieder zu betonen Wie es auch bei dir angefangen hat Also weil viele Leute Wollen ja mal den Start wissen Also wenn ich jetzt zum Beispiel Einen Sänger sehe Oder einen Fußballer Ich sehe wie der Erfolgreich der ist Ich sehe dass der Erfolgreich ist Ich will aber sehen wie er angefangen hat Dass ich diesen Anfang auch machen kann Ja Also du weißt worauf ich hinaus will Ja klar Den Start Viele Leute haben das Problem anzufangen Ja das ist recht Ich hab auch ab und zu das Problem anzufangen Aber dann muss man irgendwie Ich sag mal Dann muss man halt auch so mental stark sein Oder auch Ich sag mal So ein bisschen auch von Gott gegeben haben Dieses Herz haben Was reißen zu wollen Und so ein bisschen Ich sag mal Die Welt zu ändern Wir haben jetzt ganz viel über Motivation Und so ein Mindset Und so ein bisschen gesprochen Lass uns mal die Istanbul-Reise So ein bisschen abschließen 45 Tage hast du gebraucht Du bist da angekommen Wie war das für dich Wenn du weißt Du hast den ersten Lauf jetzt auch geschafft Also die Radreise war ja ganz gut Aber jetzt auch mit dem Laufen Und dann auch nochmal ein paar Tage länger Wie war das für dich Während der Reise Ich hab ja wirklich gar nicht an die 45 Tage gedacht Das war Du denkst ja Von Tag zu Tag immer ja Jeden Tag Jeder Tag Ist selber Sehr sehr schwer Aber bei so einem Lauf Gerade beim Laufen Gewöhnt man sich irgendwann dran Ja Der menschliche Körper ist wirklich so Dass er Je länger so ein Lauf läuft Desto Besser gewöhnt sich der Körper irgendwann dran Wie trainiert man für so einen Lauf Also wie bereitest du dich auch körperlich vor Gehst du einfach ganz normal Immer joggen 10, 20 Kilometer am Tag Oder machst du mal eine Strecke Die 300 Kilometer geht Also wie bereitest du dich da doch vor Ja das wächst dann halt Stetig Also jede Woche Versuche ich dann immer die Distanz zu erhöhen Und ich laufe auch mal Bis zu 200 Kilometer in der Woche Und dann laufe ich oft Zum Beispiel gerade auf so einer Reise Wo ich weiß ich werde jetzt lange mal Nichts zu essen haben Oder nichts zu trinken Lauf ich lange auf nüchternen Magen Also ohne was zu trinken Ohne was zu essen So lernt der Körper lange mit auszukommen Mit wenig Energie Länger auszukommen Und ja So kann man sich darauf vorbereiten Also dann ist eine sehr Banale Frage Hörst du Musik wenn du läufst? Also jetzt wenn du in die Türkei So gelaufen bist Oder was machst du? Ist dir nicht langweilig Während dem Laufen? Ständig Musik hören Geht natürlich nicht Gerade Also du willst nicht 10 Stunden am Stück Das geht nicht Und du musst halt auch Ein bisschen Akku sparen Das heißt Manchmal höre ich gar nichts Ich genieße halt einfach Die Ruhe Oder die Natur einfach Wenn ich unterwegs bin Denk viel nach Ich glaube dafür sind die Erzählmerfolgen ganz richtig Genau Wenn du das nächste Mal Irgendwo durchläufst Dann kannst du dich nochmal anhören An dieser Stelle lasst schon mal Ein Like und ein Abo Auf das Video da Falls dir das Video gefällt Checkt den Jungmann auch gerne Bei Instagram ab Ich werde hier unten Natürlich seinen Namen einblenden Lass uns zum nächsten Projekt gehen Das dritte Projekt Wahrscheinlich auch Oder bis jetzt das Aktuellste Das Peru Projekt Ja allgemein Warum ja Peru Das war Jetzt kam ich Habe ich die Istanbul Reise gehabt Ich habe gemerkt Okay ich bin an meine Vermeidlichen Grenzen gegangen Ich habe da nochmal Viel mehr Erfahrung gesammelt Und das ist was ich meine Jetzt den neuen Reiz suchen Etwas noch Größeres Machen zu wollen Und da habe ich mich Lange damit beschäftigt Ich habe wirklich Ich habe mir die ganze Weltkarte angeschaut Ich dachte Okay diesmal gibt es Keine Grenzen Ich kann Ich muss nicht in Europa bleiben Ich kann weiter weg Ich will etwas machen Diesmal sollte auch der Weg Eher das Ziel sein Ja Und durch Zufall Bin ich auf Peru gekommen Ich habe damals Im Fitnessstudio gearbeitet Da war eine ältere Dame Die kam aus Mexiko Und da habe ich mich Einfach aus Interesse Mich mit der unterhalten Habe gesagt Ja ob sie in Mexiko Ob O-Dop machen würde Sie meinte Ne ich bin in Peru Und dann habe Natürlich Peru kannte ich Vorher auch schon So vom Namen her Aber ich habe mich Nie damit befasst Und dann blieb mir das Im Kopf Bin dann nach Hause Hab gegoogelt direkt Und habe mich einfach Schlau gemacht Und habe mich Ja immer mehr Informiert Hab mir Bücher bestellt Über Peru Ich habe mir irgendwelche Filme angeschaut Über Peru Und dann je mehr Ich mich damit befasst habe Desto besser hat sich das angefühlt Und irgendwann mal Und ich bin generell ein Mensch Ich höre immer auf mein Bauchgefühl Wenn es einmal sich richtig anfühlt Dann kann mich nichts mehr stoppen Und dann dachte ich mir Okay Das ist es so Ich muss durch Peru laufen Und diesmal wollte ich auch nicht Von A nach B laufen Durch mehrere Länder Ich wollte halt wirklich im Kreis In diesem Land bleiben Und ich wusste Peru ist mega Facettenreich Sehr interessant einfach Man hat Wüste Küste Hochgebirge Dschungel Ich dachte perfekt Für mich war klar Okay ich möchte alle Regionen Durchlaufen Alle Klimazonen Und ja so ist die Idee Zu Peru entstanden Wie plant man sowas Wie hast du Peru geplant Also abgesehen jetzt davon Dass du dir die Karte angeschaut hast Ja wie gesagt Wie ich so bin Ich plane nichts ins Detail Für mich war klar Okay ich möchte Peru umrunden Eine große Runde laufen In Peru bleiben Durch alle Regionen laufen Das war mir wichtig Ich habe auch keine Distanz Im Kopf gehabt Ich habe gesagt Was auch immer es wird Ich habe nicht gedacht Vorher ich will über 5000 Kilometer laufen Also wie hast du denn Genau die Strecke geplant Die du genommen hast jetzt Das ist die Frage Also warum bist du genau Die Strecke gelaufen Warum bist du nicht Keine Ahnung Einmal vorher schon abgebogen Oder nochmal eine Runde länger Oder so Ne wie gesagt Das habe ich mir alles offen gehalten Das mache ich sehr sehr gerne Weil bei so einem Abenteuer Das alles ist so Unvorhersehbar Es kann Es wird nicht alles glatt laufen Damit rechnet man vorher schon Klar aber du planst ja Irgendwo eine Richtung Ja natürlich Das habe ich gemacht Natürlich wusste ich Ich fange in Lima an Und ich dachte Okay laufe ich Richtung Süden Dem sieblichsten Punkt Nach Tacna Und dann gehe ich Richtung Hochgebirge Dschungel Wieder hoch Dann ein bisschen Norden Und dann wieder zurück Nach Lima Quasi von Lima nach Lima Das ist verrückt Du bist 5000 Kilometer gelaufen Aber ich sage dir mal Wie das davor war Die Zeit Sag Ich habe jetzt die Idee gehabt Peru Projekt Stand für mich fest Ich war wieder besessen Von dieser Idee Das war dann die Situation Damals wo ich gesagt habe Ich möchte jetzt alles Auf diese Karte setzen Und fokussiere mich nur noch darauf Ja Das kann man nicht halb Halb machen Ich muss Ich habe mich wirklich Auf Training konzentriert Und Aber dann war es irgendwann Natürlich finanziell so Du hast von nichts mehr gelebt Ich habe meine Wohnung aufgegeben In Hamburg Bin zurück zur Familie Nach Bremen gezogen Und Ja Ich habe wirklich Gar kein Leben mehr gehabt Ich habe nur trainiert Von mir aus Hätte es direkt losgehen können Ja Ich war bereit Ich trainiere das ganze Jahr über Bin das ganze Jahr über fit Aber es konnte noch nicht losgehen Weil ich halt Diese finanzielle Unterstützung Nicht hatte Deswegen dachte ich mir Okay Ich muss jetzt erstmal Sponsoren finden Oder irgendwas machen Ich kam lange nicht voran Ja Das hat Und ich bin nicht so der geduldigste Mensch In dem Weil ich will Wenn ich etwas will Dann will ich das Direkt loslegen Und da musste ich halt Ja War mir die Hände gebunden Ich musste halt warten Bis ich die Möglichkeit Überhaupt habe Loszustarten Hat das meine Familie Wieder nicht mit ansehen können Klar Die haben das natürlich nicht verstanden Die meinten das gut mit mir Die meinten Wie kannst du dir das selber antun Ja Du bist ein erwachsener Mann Du Ja Du verdienst nichts damit Und es scheint einfach nicht Als wenn du damit irgendwie Erfolg geahmen könntest Warum tust du dir das selber an Und leidest dadurch so Aber was die nicht wussten Ich habe nicht gelitten Ich habe mich nie beschwert Auch heute Wenn ich mit meiner Schwester Mich unterhalte Ich habe mich niemals beschwert Auch in der Zeit nicht Wo es mal schwieriger lief Weil ich wusste Es ist für etwas Es wird sich lohnen Und deswegen war es okay für mich Mal zwei, drei Gänge Zurückzuschalten Und mal eine Zeit Ja Locker zu machen Dann gab es auch mal So eine Situation Wo wir so eine Krisensitzung Zu Hause hatten Da war meine Mutter Und meine Schwester Ich werde das niemals vergessen Das ist glaube ich Der prägendste Moment In meinem Leben Was ich immer erzählen werde Sitze ich da zu Hause Die sagen Setz dich mal hin So du hörst jetzt auf Gib auf Wir können das nicht mehr Mit ansehen Guck mal Tisch war so Rechnung Gestapelt Du kannst es nicht mehr zahlen Hör einfach auf Geht nicht mehr Wir unterstützen das nicht Und ich habe In dem Moment wirklich Bin sehr emotional geworden Weil ich Das war auch das Schwierigste Für mich Weil Du bist selber am Kämpfen Und dann Bekommst du Okay Ich habe keine Unterstützung erwartet Aber Das noch dazu Dass sie sich dagegen stellen Na da hat sie mir Eine Frist gegeben Hat sie gesagt Ich gebe dir eine Frist Ich gebe dir eine Deadline Und wenn diese Peru Projektidee Nichts wird Und wenn nicht Endlich was darauf hindeuten würde Dass du irgendwie Damit was erreichen könntest Oder Davon leben könntest Dann Hörst du damit auf Wie gesagt Um meine Schwester Um Schutz zu nehmen Die liebt mich so sehr Meine Schwester und ich Haben das beste Verhältnis Sie hat es aber Einfach nicht verstanden Wie groß einfach Dieser Wille war Aber was auch richtig ist Ja das ist richtig Ist richtig Ja aber deswegen Das meine ich ja Ist ja nicht persönlich gemeint Wenn ich sage Sie konnte das aber nicht wissen Wie krank ich danach war Und wie sehr ich es wollte Wollte mich halt irgendwie schützen Ja okay Und ich habe gesagt Nein ich mache nicht Und da habe ich diese Deadline gehabt Ja überlegt dir Jemand sagt Ich gebe dir jetzt eine Frist Du hast bis dann und dann Zeit Bis dann musst du erfolgreich sein Erfolgreich werden So das ist echt krass so Und unter welchem Druck Ich stand unter hohem Druck Ich habe Schlafprobleme gehabt Es war eine ganz ganz harte Zeit Aber für mich Ich habe halt immer selber Als einziger Wirklich darin glaubt Dann Das was ich meine Du kannst Wenn du erfolgreich Sein möchtest Erfolg ist wie so ein Puzzle Wenn ein Puzzleteil fehlt Dann kannst du nicht Erfolg haben Du kannst so motiviert sein Wie du willst So ehrgeizig Fleißig Was auch immer Geduldig sein Das alles bringt dir nichts Wenn eine Sache fehlt Und das eine letzte Ding Ist so Die Eigeninitiative Ich sage immer You have not Because you ask not Du musst nach ganz vielen Fragen Du musst groß denken Du musst zum Beispiel Das ist das was ich meine Dass du mal auf die Idee kommst Tausend Mails zu verschicken An Sponsoren Auch wenn du weißt Okay die werden eh nein sagen Einfach das zu versuchen Und das habe ich gemacht In dem Moment Ich habe einfach Sponsoren angeschrieben Ich habe eine Filmproduktion Dann angeschrieben Wo ich weiß Dass die solche Filme produzieren Ja Habe dann eine E-Mail geschrieben Hey Ich bin der Savas Ich habe ein cooles Projekt Habe mein Projekt beschrieben Und ja Lass uns einen Film machen So Ganz frech So quasi Und dann kam glaube ich Am selben Tag noch Oder einen Tag später Direkt eine Antwort Hey Savas Lass uns mal telefonieren Das war für mich Oh okay krass Dann habe ich mich Mit denen getroffen Konnte überzeugen Und dann ist klar gewesen Okay es wird ein Film entstehen Dadurch Es wird ein großes Projekt Dadurch konnten wir Sponsoren auch gewinnen Ich habe dann kurz vor der Reise Noch einen Buchvertrag bekommen Alles hat sich verändert Ja Dadurch hat sich alles verändert Und dann konnte es Endlich losgehen Hast du die Deadline eingehalten? Ja genau Bis ich loslegen konnte Okay Nach dieser Reise Ich habe gesagt Lass mich noch diese Reise machen Du wirst sehen Und dann konnte es Endlich losgehen Nach fast einem Jahr Wo ich schon die Idee hatte Und musste so lange Darauf warten Bis ich endlich loslegen konnte Weil ich dann erst die Mittel hatte Dann Dann musste ich halt Auf die Filmproduktion warten Weil die können ja nicht auch Direkt sagen Okay wir machen nächsten Monat Dieses Projekt Die haben auch andere Projekte gehabt Und dann konnte es Endlich losgehen Und ich habe so lange Darauf gewartet Dann war ich in Lima Ich weiß noch einen Tag vorher Bevor ich losgelaufen bin War ich am Platz Am Plaza del Mayor Das ist so Der Hauptplatz quasi Im Zentrum Und ich wusste Am nächsten Tag geht es hier los Am nächsten Tag Fängt endlich Das Projekt an Die Reise Mein Traum Wo ich so lange Darauf gewartet Da bin ich da auch Nochmal emotional geworden Ich sage es euch Durch diese Reise Bin ich sehr emotional geworden Aber ich stehe dazu In dem Moment Habe ich das erste Richtig realisiert Dass es losgeht Also all die Zeit davor Ich konnte es nicht realisieren Also im Flug nicht Also in den Hinflug nicht Davor die Zeit nicht Da habe ich realisiert Ey es geht los Und dann ging es los Am Plaza del Mayor Da wo ich auch ankommen sollte Nach 87 Tagen Und da habe ich nochmal Erstmal die Bilder eingefangen Weil ich Das war das Luxus Ich konnte alles sehen Ich konnte mein Ziel schon sehen Und das habe ich mitgenommen So als quasi Bilder geschossen Und auf der ganzen Reise Habe ich das visualisiert Ich dachte Da komme ich wieder an Dann lass uns mal Richtig zu der Vorbereitung kommen Was hast du mitgenommen Und wonach hast du bewertet Was du mitnimmst Also wie gesagt Sevilla ist eine Sache Da hast du ein Fahrrad Da hast du an der Seite Links, rechts Sachen, die du mitnehmen kannst Istanbul ist auch nochmal Was anderes Aber jetzt Peru Und da wolltest du ja nicht In Unterkünften schlafen Ja Also nicht wollen Sondern es ging nicht Weil ihr müsst wissen Peru ist Viermal so groß wie Deutschland Hat aber viel weniger Einwohner Das ist sehr dünn besiedelt Das heißt Manchmal Das ist auch die größte Schwierigkeit Von einem Ort zum anderen Ort Gibt es eine lange Distanz Gar nichts Ne Wo du Keine Tankstellen Keine Menschen Gar nichts hast Und das ist halt Eine große Schwierigkeit Da kannst du nicht anders Als natürlich draußen zu pennen Aber das ist Die wenigste Sorge Die größere Sorge ist halt Wo trinke ich was Wo esse ich was Was hast du mitgenommen Was hast du mitgenommen Ja Das war ein großes Problem In der Vorbereitung Ich hab mir da Mir den Kopf zerbrochen Ich wusste natürlich Was ich brauche Und mitnehmen muss Aber ich dachte Wie soll ich jetzt alles Weil ich In der Wüste Brauche ich was anderes Als im Gebirge Nochmal was anderes Da brauche ich nochmal Fette Daumenjacke Wasserfeste Sachen Dschungel nochmal was anderes Das war Wirklich Wo ich mir dachte Das wird sehr sehr schwierig Ich wusste Okay Die ersten drei Wochen Bin ich in der Wüste Was brauche ich da Da brauche ich jetzt nicht Sachen rumzuschleppen Die ich erst in fünf Wochen brauche Das wäre einfach dumm Weil wie gesagt Ich muss auf Gewicht achten Jeder Gramm Jeder zählt quasi Beim Laufen Und ich konnte mir auch nicht vorstellen Einen Wagen hinter mir herzuziehen Mit Gepäck Weil ich oft Offroad gelaufen bin Deswegen Rucksack Auch wenn es nochmal Anstrengend ist Und ja Das Gute an der Wüste War Da habe ich kein Zelt gebraucht Da habe ich eine Isomatte gehabt Ultra leichte Schlafsack Weil es gar keinen Niederschlag gab Das ist die trockenste Wüste der Welt Deswegen konnte ich einfach Frei irgendwo schlafen Brauche kein Tag Wo ich das irgendwo anbringen muss Mit einem Baum Und das war halt Am gechilltesten Sag ich mal Von der ganzen Reise Weil du kannst einfach Überall wo du willst Einfach dich hinlegen Das angenehme Klima Du hast Sternenhimmel Richtig romantisch Ganz alleine Das war noch angenehm Aber ich wusste Im Gebirge Werde ich Ein kleines Zelt brauchen Oder ein Tart brauchen Und da habe ich Erstmal die Idee gehabt Sachen zu schicken Hinzuschicken Etappenweise Wo ich sage Okay Ich bin dann An diesem Ort Komme ich dann Und an Dann schicke ich per Post Quasi die Sachen Die Sachen die ich dann brauche Aber wohin Also Eine Poststation Ah okay Ja ja Oder lass mir das bringen Oder irgendwie Da habe ich mir den Kopf zerbrochen Und dann War das ja so Es entsteht ja ein Film Kamerateam War etappenweise mit dabei Die meiste Zeit War ich natürlich alleine Die waren dann halt Ein paar Tage da Dann war ich Wochen Dann wieder alleine Dann waren die Eine Woche da Und anderthalb Dann war ich wieder Vier Wochen alleine Und ich Irgendwann wusste ich immer In ein paar Wochen Kommt wieder ein Kamerateam Und dann konnte ich Anrufen und sagen Ey Ich bring mir mal bitte Vom Sponsor Neue paar Schuhe mit Oder Wasserfeste Daumenjacke Und die konnten mir dann Das mitbringen Wenn die dann wieder da waren Kannst du das sagen Oder beziehungsweise Weiß man wahrscheinlich Wer hat dich so gesponsert Also welche Firmen Marken Unternehmen Kann man das irgendwie sagen Oder weiß man das Also bis da Also ich hatte selbst Vor diesem Projekt Auch wieder Schwierigkeiten Sponsoren zu finden Weil das auch Wieder so ein bisschen Kurzfristig war Mit der Filmproduktion Weil die haben das übernommen Mit der Projektleitung Ich hab dann auch Last Minute Noch eine Absage bekommen Ich will die Marke nicht sagen Ich hab einen Hass gegen die Ist eine Weltmarke Kennt jeder Und wir haben Last Minute abgesagt Und dann musste ich mir Am letzten Tag Mir selber die Sachen kaufen Weil ich die Sachen Extra nicht besorgt hatte Weil ich wusste Also ich hab einen Hass gegen die jetzt Und dann War ich noch War ich in Peru schon In Lima Und hab gedacht Okay Jetzt muss ich Meine Ausrüstung Hab ich jetzt selber schon besorgt Und dann Rief mich der Uwe an Von der Filmproduktion Und hat gesagt Ey wir haben jetzt Last Minute noch Jetzt mit jemandem Gefunden Weil für die Ich dachte mir Okay ich brauch das Jetzt gar nicht mehr Da mach ich halt Keine Werbung Ja klar Und ich hab jetzt Die Sachen besorgt Und ich bekomme jetzt Keinen krassen Vertrag Oder so Wie schwierig war es denn So Sponsoren Oder Investoren Generell zu finden Du hast davor schon erwähnt Gehabt Dass es schwierig war Aber also Wenn du nicht Der Richtig bekannt bist Dann ist es halt schwierig Du kannst Du kannst natürlich Von deiner Vision erzählen Du kannst von deinem Projekt erzählen Aber das kann halt Klar Die bekommen tausend Anfragen am Tag Klar Mit so komischen Ideen Auch noch mit so einer Idee Die nicht Ja deswegen verstehe ich das vollkommen Und das Das meine ich auch für Leute Die auch vielleicht In die Richtung gehen möchten Ey Könnt nicht direkt am Anfang Auch wenn ich auch so naiv war früher Dachte Ey ihr müsst mich Ich bin jetzt krass Ihr müsst mich schon sagen Nein Du musst erstmal dich beweisen Jahrelang investieren Und dann kannst du Hast du vielleicht die Referenzen Und ein bisschen Wo du sagen kannst Okay jetzt kann ich anfragen Deswegen war das auch voll okay Und aber Wo ich bis heute Sehr sehr dankbar bin Der Filmproduktion gegenüber Die sind Ein Risiko eingegangen Ja Die haben selber Dann das so finanziert Aus eigener Kasse Weil die halt Daran geglaubt haben Weil nicht nur Weil die das Projekt So geil fanden Und interessant fanden Sondern die fanden mich Als Menschen sehr interessant Weil es soll ein Film werden Das wird eine Geschichte erzählen Das ist nicht nur so sportliche Dokumentation Sondern auch Über meine Geschichte Das fanden die sehr sehr interessant Deswegen haben die gesagt Egal Ob wir Sponsoren finden oder nicht Wir machen das trotzdem Geil Deswegen bis heute Liebe Grüße an Ravier Film aus Dresden Ich hab bis heute Ein sehr freundschaftliches Verhältnis Ich hab denen sehr viel zu verdanken Wie der Dominoeffekt Hätten die nicht mit mir Diese Filmproduktion gehabt Wäre vieles anderes nicht Weiter entstanden Deswegen bin ich sehr sehr dankbar Sehr großes Risiko Was die auch eingehen Ja genau Natürlich ist es auch Win-Win-Situation Klar Aber wie du schon sagst Jeder So viele Leute erzählen von ihrer Vision Und was auch immer Aber im Endeffekt Das ist ja nochmal eine Aufgabe Die schwer zu bewältigen ist Und was ist wenn du da jetzt Keine Ahnung 100, 2000 Oder 500 Kilometer losläufst Und auf einmal sagst Ja ist jetzt nichts für mich Das wissen sie ja nicht Die haben auch natürlich Vorher Die kannten mich ja nicht Die haben mich dann kennengelernt Die haben sich dann auch gefragt So ja Schaffst du das? Ja ja Kann das sein? Und ich so nein Ich musste lachen Weil ich dachte auch Ey die kennen mich nicht Die wissen nicht Wie sehr ich das will Und dann sagst du Ja was für eine Ganz normale Frage Was wenn du umknickst Und dich verletzt und so Das wäre jetzt meine nächste Frage Genau das wäre deine Frage Ist auch völlig berechtigt Deswegen Das ist Das Training Wie ich das Training gestalte Ich trainiere auch Mache auch sehr viel Krafttraining Um einfach Verletzungen vorzubeugen Ich mache da spezifisches Krafttraining Ich gehe jetzt nicht pumpen extra Ich mache sehr viel Stabi Training Für Gelenke Für die Beine Und das heißt Wenn ich mich mal richtig böse umknicke Verletze ich mich nicht direkt Also ist eher Das Risiko einfach geringer Ja ja aber was ist wenn es dann doch passiert Also was hätte Das hast du ja bestimmt auch durchdacht Genau das ist das Vor allem wo du läufst Also du läufst wie du schon sagst Du läufst ja Offroad Das heißt du läufst nicht auf der Straße Oder du läufst durch Gebirge Dschungel Wüste Was ist wenn du dich verletzt hättest Aber da muss man auch wieder Die Erfahrung Irgendwann Ist man halt so erfahren Und technisch So stark Jetzt beim Laufen Dass man koordiniert ist Ja ich Bin sehr Ich habe so Sehr gute Koordination Das heißt Wenn da mal der schwierige Untergrund zu laufen ist Dann kann ich da Komme ich da auch gut mit klar Ja aber du weißt du wie es ist Also vor allem Was ja auch schwierig ist dann Du sagst die Koordination Aber die musst du ja dann Dauerhaft beibehalten Also diese Konzentration Auch zu haben Dauerhaft sich zu konzentrieren Wo trete ich hin Wie trete ich hin Also über so Also nicht das ist so Gewöhnung Was meine Befürchtung jetzt wäre Dass du immer so Du machst das Und machst das Und machst das Über Stunden und Tage Und irgendwann Brauche ich nur einen kleinen Moment Passt du nicht auf Bist weggeknickt Und dann Ja Das meine ich damit Das meine ich damit Was ich vorher auch gesagt habe Daran denkt man nicht Also nicht nur ich Als mit dem was ich mache Ja Auch jedem Man darf nicht zu viel Ja das kann passieren Und ein Bär kann mich auffressen Und das Aber so ist doch der Mensch Oder? Ja ist klar Aber dann kannst du gleich Zuhause bleiben Ja okay das stimmt Deswegen natürlich Ist auch völlig klar Man sollte sich natürlich Vorher mit beschäftigen Was könnte passieren Wie reagiere ich da Wenn du jetzt Okay ich kann mich da umknicken Und dann kann das passieren Und ich könnte da unterkühlen Das ist klar Da natürlich 42,192 Kilometer Und alles was da drüber ist Ohne Grenzen Da gab es dann irgendwann Da gab es dann irgendwann Sonnenschutzfaktor 100 Sonnencreme Das gibt es hier gar nicht zu kaufen Das war komplett Ich dachte ich habe nur Einmal Farbe drüber gemacht So diese fette Schicht Die Hitze war echt krass Natürlich Aber das kam es dann halt oft vor Dass ich vielleicht nicht genug Zu trinken hatte Ich habe dann halt immer Das was ich dabei hatte Bin ich versucht lange mit auszukommen Wie lange läufst du da so? Also läufst du da jetzt Den ganzen Ultramarathon durch Oder machst du mal so Zwei Minuten Pause Oder Also was ist so Hast du deine Taktik hinter? Oder machst du das auch immer Situationsbedingt? Als beste Taktik Du darfst jetzt nicht Bei Richtig hohem Puls laufen Und dann 100% geben Du musst natürlich Deine Kraft einteilen Und Einen niedrigen Puls laufen Ganz entspannt Weil Die Strecke wird lang sein Und Wenn du dann im Flow bist Am besten im Flow halten Nicht eben kurz anhalten Und weiter Dann könnte ich ganz so Gehpausen machen Das habe ich sicherlich auch mal gehabt Bei mir war immer die Devise Wenn ich irgendwie was zu finden Essen finde irgendwo Dann Dann nutze ich die Chance Und esse da auch Na egal wo es gerade ist Ich glaube ihr werdet es sehen Ich werde dich öfter mal so unterbrechen Ja klar Weil ich schon mal so Direkt da zu fragen habe Was suchst du denn zu essen? Woher weißt du was du essen kannst? Also Das ist das Du kannst nicht aussehen In Peru In Deutschland glaube ich Gibt es nicht so viele giftige Sachen Die du essen kannst Wie vielleicht in Peru oder? Nein nicht giftige Ich meine Da gibt es auch mal irgendwo keine Ja deswegen meine ich Aber woher weißt du denn was du essen kannst? Also da gibt es jetzt nicht nur Apfelbäume Kirschbäume Und was auch immer Da wird es ja auch bestimmt Sachen geben Die man hier nicht so kennt Oder als Nein sowieso In der Wüste findest du nichts Es gibt halt immer ganz oft Es gibt oft natürlich auch so ganz kleine Restaurants unterwegs Und kleine Ortschaften Es gibt auch größere Städte Kam auch mal vor Okay das ist wichtig zu erwähnen Weil ich glaube wenn du Wüste sagst Denken manche Leute Da ist so drei Wochen Nein nein nicht diese Haare Einfach gar nicht so Nein 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 Okay Es ist Küste Wüste Allgemein die ganze Küste von Peru Ist eigentlich eine Wüste So Du darfst ja nicht wählerisch sein Kannst du dich sagen Nee das schmeckt mir nicht Und ich würde gern das Kannst du nicht Du warst Schwaber Du warst vegetarisch zu der Zeit Ja das hat aber einen ganz wichtigen Grund Aus religiösen Gründen Weil ich achte sehr drauf Dass ich Halalfleisch esse Und das war für mich klar Vorher ich werde kein Halalfleisch finden Und dann dachte ich mir Okay ich werde dann komplett auf Fleisch verzichten Und das war das Einzige eigentlich Ja ich dachte alles andere geht Aber kein Fleisch Und das war halt ein riesen Problem Auch in Peru irgendwann Weil die Menschen Essen sie sehr viel Fleisch in Peru Und viel Fleisch ja Und es ist halt sehr Sehr unnormal Dass man Vegetarier ist Oder kein Fleisch ist Dann kommt ja die eine Sache Dass du so lange läufst Die schon unnormal ist Und dann ist der auch noch Vegetarier Ja das war nicht normal Deswegen dachte ich Warum willst du kein Fleisch Ich habe immer gefragt Immer gab es eine Diskussion Algo sin carne Also irgendwas ohne Fleisch Irgendwie Beilagen Und oft war ich auch an Orten Wo ich wirklich mehrere Runden gedreht habe Und einfach nichts ohne Fleisch Gefinden konnte Bis ich dann überzeugen konnte Bitte mach mir irgendwas Ja Dann hat sie mir irgendwie Pommes Mit irgendwie Spiegelei oben drauf gemacht Und ein bisschen Salz Und so Ey Beste Du hast jetzt erwähnt Kein Netz und sowas Du bist mit einem Handy Navi gelaufen Oder mit einem Kompass Oder wonach hast du dich gerichtet Also welchen Weg bist du gelaufen Es gibt verschiedene Apps Die ich benutzt habe Aber Gerade auf dieser Strecke war Der Weg klar Es ging nur in eine Richtung Okay In Richtung Süden Das war eigentlich schon klar Also man kann sich nicht verlaufen Nach dem Motto Natürlich Ich bin oft natürlich Offroad auch gelaufen Und da muss man ein bisschen Orientierungssinn haben Was ist aber Wenn du sagst Jetzt kein Netz Was ist wenn du kein Netz hast Vielleicht mal 7, 8, 9, 10 Stunden Und vielleicht gibt es dann mal Wirklich 2, 3, 4, 5 Wege Kam das vor Oder was hättest du gemacht Wenn es nicht vorkam Einfach rausfinden Nee Also Angenommen du bist jetzt An einer Keine Ahnung An einer Straße Aber an einem Ort Du kannst links gehen Rechts gehen Geradeaus Also so Und du weißt nicht Wolang du musst Und du hast kein Netz Nee es gibt ja Karten die offline Funktionieren Achso Du brauchst kein Netz dafür Kein Internet Okay verstehe Du hast Okay jetzt habe ich verstanden Das funktioniert immer offline Okay jetzt habe ich Das ist sehr klar Aber da habe ich immer Keine Probleme Okay Was ist wenn du keinen Akku gehabt hättest Ja deswegen Das war sehr sehr wichtig Keine Powerbank Keine oder Ja aber im Fall der Fälle Die wäre leer gegangen Die Powerbank muss ja auch laden Oder war das so eine spezielle Die so sehr sehr lange hält Ja das war eine Die deswegen auch Die etwas schwerer ist Das war es mir auch wert Weil Powerbank ist Einer der wichtigsten Sachen Klar Die hält dann auch Ein paar Tage Lädt dann auch Öfter mal voll Und alle paar Tage War ich ja irgendwo Ja ich konnte in Restaurants Oder irgendwo Wieder aufladen Deswegen ging das immer Eigentlich Fast immer ganz gut Ich habe ja auch Ein GPS Gerät Dabei gehabt Was auch immer Angeschaltet sein musste Für die Filmproduktion Oder generell Auf meiner Homepage Konnte man Live-Tracker verfolgen Was Wirklich jetzt Also ich konnte live sehen Wo du die ganze Zeit bist Ja genau Da gab es so einen Punkt Das war so eine kleine Savas-Figur Am Laufen So ein Bild Und dann konnte man Mal sehen Wo ich gerade bin Das ist geil Und so konnte ich Auch meiner Familie Mal garantiert Guckt drauf Dann sieht es ja Ich bin in Bewegung Macht euch keine Sorgen Da lass uns zu einer Wichtigen Frage kommen Ist das alles gesund Was du machst Wenn ich 365 Tage lang Jedes Jahr durchgehend Das machen würde Natürlich wäre das ungesund Aber das ist nur eine bestimmte Zeit Ich war jetzt drei Monate unterwegs Jeden Tag Und dann Danach Regeniere ich mich ja wieder Ja Und dann Dann ist es natürlich Ja wenn du durchgehend hast Das ist natürlich nicht gesund Aber das was du jetzt gemacht hast Auch 90 Tage Hört sich schon viel an Ja Also Die Distanz Dann auch noch Über Über die Höhenmeter Über die Temperatur Und alles Aber jeder hat eine andere Definition Von Ist das noch gesund Ja das stimmt auch Jeder sagt ja hier Egal was Du kleinst Das ist gar nicht gesund Es geht Der menschliche Körper Kann so viel mehr Nur unterschätzen das leider Und Für mich Wie gesagt In dem Moment Blende ich auch die Schmerzen aus Und wenn ich mal krank bin Es geht weiter Es ist für mich Hört sich unvernünftig an Für viele Aber Für mich ist das mein Wettkampf Das ist für mich Mein Mein Rennen Quasi mit mir selbst Ich denke Viele werden es vielleicht Nicht verstehen Aber wichtig ist Muss man auch nicht Ja klar Aber wichtig ist Dass man erwähnt Dass du Bei allem was wir immer besprechen Dass du Du weißt auch Wo deine Grenzen Also wenn du jetzt Keine Ahnung Mit 40 Grad 42 Grad Fieber Dann müsstest du vielleicht Gucken ob es weiter geht Also das ist immer Natürlich Wir müssen erwähnen Dass du auch Immer noch Realist bist Und weißt was geht Muss man immer etwas erwähnen Weil es wird immer Jemand geben Der irgendwas Oder ich werde mal Was vergessen Dazu zu erzählen Deswegen wird man immer Deswegen wird man immer sagen Natürlich Wenn es gar nicht möglich ist Dann ist es nicht möglich Aber da war für mich In dem Moment Es geht noch Das ist wichtig Also an dieser Stelle auch Wenn ihr Fragen habt Schreibt es gerne mal Unten in die Kommentare Eventuell machen wir Eine Frage Antwort Irgendwann mal Das würde ich sehr gerne machen Weil das sind viele offene Fragen Die ich für mich auch Genau Für mich auch wirklich einmal klären würde Damit man das auch besser versteht Ich denke sehr interessant Auch für die Leute Weil wir quatschen ja jetzt Und mir ist auch Also für alle Die mich jetzt vielleicht Auch das erste Mal Sind auch für dich Ich mache diese Interviews Immer so Freestyle Also ich habe Jetzt Du bist der erste Wirklich Bei dem ich mir Fragen Aufschreibe Oder aufgeschrieben habe Weil dazu kommt noch Dass ich ja mit Extremsport Nicht so viel zu tun habe Sondern mit Fußball Natürlich jetzt mehr Aber es war für mich wichtig Viele Fragen zu klären Und versuchen so viele Fragen Der Leute Von zu Hause zu klären Deswegen gerne Wenn ihr Fragen habt Unten in die Kommentare rein Dann lass uns weiter Die Wüste war zu Ende Du bist ins zweite Gebiet gekommen Was war das zweite Gebiet Oder wie ist es weiter verlaufen Ja dann bin ich bis zum südlichsten Punkt Gelaufen nach Tacna Wie viele Tage warst du da schon unterwegs Bin jetzt drei Wochen an der Küste Und an der Wüste entlang gelaufen Und jetzt so die ersten Tage Im Gebirge Ist gerade noch einfach neu für mich Die Luft ist halt ein bisschen anders Man merkt das schon in der Lunge Gerade wenn man mit Steigung läuft Dann ist man schwer atmiger Ich weiß jetzt schon Das wird mein Lieblingsteil der Reise sein Dann war der Wechsel Zwischen Wüste und Hochgebirge Du musst dir vorstellen Von null auf fast 5000 Höhenmeter Innerhalb kürzester Zeit Ohne Akklimatisierung Du musst verstehen Auf dieser Höhe Ist generell sehr wenig Sauerstoff Sauerstoff braucht der Körper Um einfach am Leben zu bleiben Ja Und es gibt jetzt so eine Sogenannte Höhenkrankheit Das sind so Symptome Wie Kopfschmerzen Schwindel Bis zur Bewusstlosigkeit Deswegen sagt man ja Wenn man sich auf so eine Man soll ja nicht direkt aufsteigen Auf so eine Höhe Man soll sich langsam Randtasten Sich daran gewöhnen Bei mir hatte ich Wie gesagt Durch die Distanz Ich musste halt Die Distanz zurücklegen Deswegen war ich halt Immer von ein, zwei Tagen Von null Wüste noch Gestern halt noch richtig Die Hitze gehabt Völlig im Schneesturm Auf fast 5000 Höhenmeter Wo ich halt mit der Luft Zu kämpfen habe Und Panik bekomme Das sind Coca-Blätter Für Höhenkrankheit Einfach Um dafür vorzubeugen Kaum Luft hier oben Ich bin hier auf knapp Über 4.800 Höhenmeter Auch da in dem Moment Das wird man Viele auch Vielleicht nicht verstehen Wieso macht ihr das In dem Moment Aber ich war in dem Moment Das war die Die krasseste Situation in meinem Leben Weil ich bin ein paar Mal Wirklich fast bewusstlos geworden Muss verstehen Schneesturm plötzlich Ich bin auf fast 5000 Höhenmeter Hab Atemnot bekommen Das ist so als wenn du Durch eine Plastikfolie atmen würdest Und regelrecht Panik bekommst Richtig so Und ich hab wirklich Das war für mich in dem Moment So ey was passiert Und ein paar Mal Richtig schwindelig geworden Ein paar Mal Fast zur Seite gekippt Und in dem Moment Ich wusste Ey das ist gerade Der Moment Wo sich jetzt Nochmal meine Grenzen verschieben Und das hat Das hat mich glücklich gemacht In dem Moment Und ich wusste natürlich auch Aus Erfahrung Wieder Ich weiß was ich tue Das war am höchsten Punkt Ich wusste Ich hab auf die Karte geschaut Es geht gleich wieder direkt Ein paar hundert Meter runter Und dann Das hilft auch schon Gerade im Bergsteigen auch Wenn du oben bist Und du hast die sogenannte Höhenkeit Dann soll man direkt wieder absteigen Und ich war dann ganz oben da War es dann wirklich sehr sehr krass Und dann ging es dann auch wieder runter Und dann ging es mir auch direkt wieder besser Ich lerne immer meine Grenzen nochmal neu kennen Und verschiebe die immer wieder neu Ja über 60 Kilometer nach La Union Darauf freue ich mich Wieder Zivilisation Vielleicht habe ich dann wieder Essen Duschen Wärme Sonne wo bist du Ich bin noch nicht ganz fertig Aber wenn ich so jetzt zurückblicke War das die beste Entscheidung überhaupt Und es gab manchmal Tage Dass man so an die Grenzen gegangen Als wenn ein Stück von dir stirbt Aber du dann am Ende Wenn du es geschafft hast Als wie Phönix aus der Asche wieder auferstehst So fühlt sich das an Wenn ich es beschreiben muss Das waren noch die harmlosen Szenen Wirklich ja Wir haben die Filmproduktion Die krassesten Szenen Natürlich für den Film behalten Ich weiß ja da Was wirklich passiert ist Wann kommt denn der Film raus So mal als kleiner Teaser Dass wir die Leute schon mal ein bisschen Im Herbst kommt der raus Vielleicht im Oktober wahrscheinlich Es wird ein Kino sein Eine Kinotour durch ganz Deutschland Wo ich dann auch dabei sein werde Und ich freue mich wirklich sehr darauf Weil allein die Filmproduktion Macht so gute Arbeit Und ich weiß ja was wir gefilmt haben Hattest du in dem Moment jetzt Irgendwann mal eine Stelle wo du sagst Ich gebe auf Oder ich kann nicht mehr Gut dass du das sagst Ich glaube diesen Moment Hat jeder Extremsportler Oder jeder Ultraläufer schon mal gehabt Das ist voll normal Weil es ist wirklich hart Was man da macht Und dann ist man mal so Dass man sagt Was mache ich hier gerade Warum tue ich mir das gerade an Und dann kann man sich für sich Die Frage schnell beantworten Für mich war klar Ey ich habe ein Ziel Ich gebe jetzt nicht auf Ich ruhe mich erst am Ende aus Jetzt ist gerade Deswegen Mohammed Ali sagt ja Deswegen sage ich das auch sehr gerne Don't quit Suffer now Und live the rest of your life As a champion Ich sehe mich nicht als champion Aber in dem Moment Dachte ich mir Jetzt nicht aufgeben Jetzt leide ich zwar Jetzt ist es gerade schwierig Aber am Ende kann ich dann froh sein Und darauf zurückblicken Aber du kannst dich schon als champion sehen Ja Ich versuche bescheiden zu bleiben Aber in diesen schwierigen Momenten Habe ich auch daran gedacht Und wie gesagt Wie schon öfter gesagt Genau diese Momente will ich auch erleben Ich will ja dass es schwierig wird Was hat dein Rucksack Oder das Gewicht Was hat du bei dir getragen hast Was hat das gewogen Ich habe es nie gewogen Weil Es hat mich einfach nicht gejuckt Die Zahl Weil es bringt mir nichts Ich glaube Hättest du sie gewusst Hättest du vielleicht mental Du glaubst du hätt mental Was mit dir gemacht Dass du weißt Scheiße ich Trag jetzt nochmal 8 Kilo Oder so Nee diese Zahl Ist ja einfach nur eine Zahl Für mich Ich habe mich damit auch vorbereitet Mit etwas Gewicht zu rennen Und es war dann einfach Gewicht Für mich Und was schätzt du was es war Boah weiß ich nicht Ich Keine Ahnung Geh mal ungefähr 6-7 Kilo Boah was schon nicht wenig ist Ja das ist Wie gesagt nochmal Wenn du wandern gehst Kannst du natürlich viel mehr mitnehmen Klar Du gehst wandern Aber fürs Rennen Ist das schon Extrem viel Ich habe mir diese Tasche angeguckt Was kann ich hier entfernen Wirklich Ich habe mir oft gesagt Das brauche ich doch wirklich nicht So Wirklich Ich habe alles gebraucht Was war das erste was du wegschmeißen wolltest Nein es ging nicht Ich habe alles gebraucht Das war alles Das war auch nicht so Ja das ist nice to have Das war alles must have Aber man hat sich echt schon Oft gedacht Ey wenn ich diese Tasche nicht hätte Das Gewicht Und wenn ich einfach so mit meinem eigenen Gewicht Laufen würde Wäre diese Reise nochmal 50% einfacher Wirklich Ja auf jeden Fall Auf jeden Fall Ich weiß doch dann Wo ich das erste Mal Ohne Gewicht gelaufen bin Wieder als ich ankam Ich bin geflogen Ich war so wow Leicht wie eine Feder Das ist ganz was anderes Ich hätte das nicht gedacht Das meine ich damit Es ist Die Leute sagen Okay krasse Distanz gelaufen Aber alles Diese ganzen Bedingungen Haben es schwer gemacht Diese Höhenmeter Die Bedingungen Das in Peru zu machen Dann das unsupported zu machen Ohne Hilfe Ohne Essen Ohne Schlafplatz Dann halt mit der Tasche Das waren halt Die ganz großen Schwierigkeiten Dann lass uns mal Zu der Dschungelzeit jetzt kommen Da habe ich mich sehr gefreut Weil mir war mittlerweile So kalt jeden Tag Aber dann die Hohe Luftfeuchtigkeit War natürlich anstrengend Fast 100% Luftfeuchtigkeit Sehr schwül Und das war natürlich auch Auch sehr sehr schwierig Aber wunderschön Also bis Wenn man mich heute fragt Vom Gebirge Wüste Küste Die schönste Region War für mich Der Dschungel Weil das einfach Unfassbar spannend war Für mich Ich war vorher noch nie In einem richtigen Dschungel Und Da haben einfach Mega krasse Eindrücke Das was man sieht Was man hört Geräusche gehört Die habe ich noch nie vorher gehört Also von Tieren Bist du tierscheu Oder so Insektenscheu Nein gar nicht Weil ich glaube Wenn ich jetzt laufe Ich glaube da werden schon Ein paar Tiere oder Insekten Wo ich sage Ja da mache ich es vielleicht Mal 5 Kilometer länger Damit ich sie nicht sehe Ne also Ich Gar kein Problem Mit Tieren Nur ein Tier Gefällt mir nicht so Und das war auch Gewissen werden Und auch dann sterben Okay Gib mir nur einen Tipp Ist es eine hohe Zahl Oder ein niedriges Nein weißt du nicht Sag mal Ich darf dir keinen Tipp geben Ich glaube nicht so viele Sag mal Sag einfach Weltweit 6.000 Man kann jetzt Ja genau Viele Früchte Die wir auch nicht mehr kennen Hast du da nicht Nichts anderes Ja und das bekommen die mal wieder rein Die natürlich habe ich nicht bekommen Deswegen jetzt Wenn du mich jetzt so live siehst Ne Ich bin ja Trotzdem schlank Ich bin das ganze Jahr über Im Training Aber dort Nach so einer langen Zeit Wo ich halt Die ganze Zeit im Defizit war Man verliert halt Nicht nur an Fett Sondern an Muskelmasse Klar Ich habe gar kein Fett mehr gehabt Klar Und wirklich also Meine Beine waren ein Strich Meine Arme waren ein Strich Mein Gesicht war wirklich so Dann lässt dir die Kraft auch ein bisschen Immer weiter nach Ne Mit der Zeit auch Ja Aber der Körper gewöhnt sich ein bisschen dran Ne Einfach mit wenig Energien Auch lange auszukommen Deswegen sage ich auch Du hast dich nicht völlig verausgaben Das wäre dumm Du musst auch locker laufen So dass du lange mit auskommst Mit der Energie Und wie gesagt Meine Devise war Wenn ich irgendwo war Dann habe ich auch direkt Drei Teller bestellt Ja und dann voll reingehauen Ja aber ist dann auch schwierig Mit vollem Achso wahrscheinlich dann Aber am Abend Ne das geht auch Am Abend Und auch dazwischen Dann war mir das egal Wenn ich gleich weiterlaufen muss Das geht auch so runter Direkt ne Und dann verbrenne ich halt Beim Laufen wieder Aber ich glaube das ist auch wirklich Alles Körpergewöhnungssache Also ein normaler Sagen wir ich Jetzt könnte das nicht Ich glaube mit so vollem Magen Würde das nicht So gut funktionieren Wie du Aber das kommt mit der Zeit Genau Auch mit Krank werden und so ne Genau Am Anfang Nicht krank geworden und so Irgendwann legt sich das auch Oder der Körper gewöhnt sich daran Ja an diese Belastung einfach auch Dann lass uns mal weitergehen Der Dschungel ist zu Ende Was danach passiert Es ging dann wieder ins Gebirge Das war natürlich wieder nervig Weil ich das was ich Wieder runtergerannt bin Alles wieder hochlaufen musste Und dann wieder andere Klimatische Bedingungen Es wurde wieder kälter Lag wieder Schnee Das war auch das Ding Das Wetter im Gebirge Das ändert sich ganz schnell Ja So von 0 auf 100 direkt Das war natürlich richtig Hat ging dann halt Die meiste Zeit Auf meiner ganzen Reise War ich auch im Gebirge Ich war dann Lang im Gebirge Es ging dann wieder Richtung Nord Und dann war für mich klar Ich will die Distanz Ich war dann irgendwann Auf der Höhe von Lima Also ich könnte eigentlich Hier wieder zurücklaufen Aber ich wollte noch nicht Ich wollte noch längere Distanz laufen Bin dann oben nochmal Wieder in den Dschungel reingelaufen Also du hast deinen Weg Währenddessen nochmal geändert Ja Das habe ich oft gemacht Ich bin oft immer Das ist ja keine fest definierte Route Ja Ich bin immer Umwege gelaufen Was auch immer Wie ich ganz spontan Und dann bin ich im Norden Dann wieder in den Dschungel rein Weil ich das so vermisst hatte Und dann ging es Der Endgegner quasi Im Norden Die Cordillera Blanca Das ist so Die zweithöchste Gebirgskette der Welt Und die höchste von Amerika Das sind so Berge Die sind so fast 7000 Meter 6700 Ist der Glaube ich Der Hohes Karan Und da wollte ich unbedingt Auch durchlaufen Du musst dir vorstellen Auch Wenn die Leute den Film schauen Damit ihr das im Hinterkopf habt Kamerateam war dann dabei Das waren dann Zwei andere Die noch nicht davor dabei waren Die waren dann ganz frisch noch in Peru Das erste Mal Und ich bin Schon 80 Tage unterwegs Dann im Cordillera Blanca Wo es am schwierigsten ist Und Dann geht es bergauf Schnee Sturm Was auch immer Dann sagten die Ja lauf mal nochmal zurück Und kannst du nochmal da vorbeilaufen Wir müssen das nochmal filmen Da habe ich oft mal so reagiert Ey Leute Könnt ihr nicht machen Aber natürlich war für mich klar Ich will natürlich auch schöne Bilder einführen Aber wir mussten eine Balance finden Ja Ich muss ja die Distanz trotzdem laufen Und dann konnte ich mich nicht zu sehr aufhalten lassen Dann war ja diese Diskussion mit dem Rekord Da hat mir die Filmproduktion gesagt Ey Mach noch ein bisschen länger Es könnte was werden Und dann die letzten Deswegen war für mich noch nicht klar Wann komme ich an Ich konnte natürlich auf die Karte schauen Aber ich dachte mir Okay muss ich noch irgendwie die Route verlängern Ja Und dann die letzten Tage kam dann die Nachricht Okay du kannst jetzt wieder Vollgas Richtung Lima Und dann war ich natürlich sehr euphorisch Ja Weil ich wusste Okay Endspurt Und dann ging es halt wieder Richtung Küste Die letzten Tage wieder in der Wüste Und dann ja der letzte Tag War dann angebrochen Und für mich Ist mir sehr viel durch den Kopf gegangen Ich war Ich kenne das Gefühl Das Gefühl von Wenn du da ankommst Was denkt man Man denkt sich wahrscheinlich Oh du warst bestimmt so glücklich Und euphorisch War ich auch Ja Aber man ist richtig leer Man fühlt sich leer in dem Moment Weil Guck mal du Diese 87 Tage Wo du jeden Tag läufst Wo du jeden Tag woanders auf warst Du gewöhnst dich so sehr daran Diese 87 Tage kamen mir vor wie drei Jahre Weil ich so viel erlebt habe Und ich habe mich so sehr daran gewöhnt Dass ich dann in dem Moment nicht realisieren konnte Dass es vorbei ist Und dann fühlt man sich leer Also richtig so Ja ich weiß was du meinst Jetzt ist es vorbei so nach dem Motto Vorbei Deswegen natürlich ist man euphorisch Und freut sich auch Und man freut sich etwas später Also zeitversetzt noch mehr Erst wenn man dann Ja die ganzen Reaktionen auch sieht Aber ich habe mich leer gefühlt Aber Richtig erleichtert Glaube ich dir Erleichtert Nicht Boah ich habe es ja nicht hinter mir Nicht deswegen erleichtert Wie gesagt ich habe es ja geliebt Geliebt Erleichtert In dem Sinne von In dem Moment war für mich so Habe ich das Gefühl gehabt Ich habe was Großes geschafft Ja ich habe was Großes geschafft Und das war Wofür ich so jahrelang Darauf hingearbeitet habe Und das war dann so Die Erleichterung Ja Man sagt ja Je schwerer der Weg Desto größer die Freude Und deswegen war Die Erleichterung Und die Freude so groß Weil Ja nicht nur der Der Lauf durch Peru war schwierig Sondern all die Jahre davor Wo ich alles geopfert Das ist mir da In den Kopf gekommen Ne All diese Jahre Wo man Wo andere gezweifelt haben Wo Wo ich schwierige Zeiten hatte Wo ich alles geopfert habe Da habe ich so So eine Erleichterung gehabt Ey ich habe es jetzt so Endlich geschafft Für mich geschafft So einfach Das wird alles verändern Das war unglaublich Ich glaube der schönste Moment wird es sein Wenn ich ankomme Und weiß Ich habe es geschafft Weil diesen Moment Visualisier ich jeden Tag Ich habe das Gefühl Die letzten Tage Schön euphorisch fliegen Ich habe es geschafft Dann lass uns mal zu einer mehr oder weniger auch abschließenden Frage kommen oder langsam zum Ende. Was sind so Vor- und Nachteile an deinem Beruf, an dem, was du machst? Ich muss überlegen, weil ich nach Nachteilen suche. Irgendwo gibt es bestimmt irgendwas. Wirklich. Ja, denk ruhig nach. Ich suche gerade nur Nachteile. Denk ruhig nach. Ich habe was im Kopf, wo ich es vielleicht mir denken könnte. Ja, sag das gleich. Ich überlege gerade auch, ganz ehrlich. Ja, doch, doch, doch. Zum Beispiel, man hat immer das Denken, okay, der ist jetzt Vollzeitabenteurer und der ist jetzt voll unterwegs und so und lange weg. Wie macht der das? Hat der keine eigene Familie? Will der mal nicht heiraten? Das wäre das, was ich schreckt hätte, ja. Weil das ist so typisch. Und lass mich das bitte erklären, weil, ja, ich glaube, das schreckt viele ab einfach, viele Frauen auch. Deswegen, ich bin Single, ich will auch irgendwann heiraten. Aber das schreckt viele ab, weil die denken, okay, der wird einfach weg sein und mich alleine lassen. Ey, darf ich kommen? Ich war jetzt in Peru. Drei Monate oder etwas über drei Monate weg. Seitdem bin ich die ganze Zeit hier. Und bis ich wieder lange weg bin, dauert das noch richtig lange. Weil ich mache halt ganz große Projekte und das wird halt immer professioneller und das wird halt lange dauern mit der Planung und es wird wieder ein Film entstehen, wieder ein Buch entstehen. Und in der Zeit, wo ich hier bin, habe ich viel mehr Zeit als andere vielleicht. Natürlich bin ich hier und da mal, halte ich irgendwo Vorträge, bin ich in anderen Städten, aber ich muss jetzt nicht acht Stunden, neun Stunden arbeiten irgendwo. Ich habe halt viel mehr Zeit für meine Familie und Freunde, jetzt gerade. Und wenn ich dann mal weg bin, ich gehe ja nicht aus Spaß nur weg. Das ist dann irgendwann jetzt meine Arbeit geworden, wo dann die Frau oder Freundin dann auch weiß, okay, der ist jetzt arbeiten, der kommt dann wieder, ist dann lange wieder für mich da. Und was auch als Argumentation, ich mache das ja nicht mit 100 noch oder mit 50 noch oder wer weiß, natürlich. Aber das wäre die nächste Frage. Wie lange willst du das denn noch machen? Das, was zu Zukunftsfragen angeht, werde ich niemals so mich festlegen können. Bei mir weiß man wirklich nie, ich weiß selber nicht meinen nächsten Schritt. Ich überrasche mich immer selber auch. Solange der Körper hält, ne? Ja, sowieso. Für einen Extremspurler bin ich noch ein Baby quasi. Ich bin noch ein Küken. Weil du kannst es noch im hohen Alter machen, so gerade im Outdoor-Bereich. Und das ist ja wirklich 80% Kopfsache, ne? Und da muss man sogar ein bisschen älter sein, um diese gewisse Reife, diese gewisse Lebenserfahrung zu haben. Deswegen habe ich noch viel vor mir. Ich habe selber noch sehr viel vor. Und verglichen zu meiner eigentlichen Vision fange ich gerade erst an. Ich fange gerade erst an. Dann sag mir mal, was sind Vorteile von deinem Job? All das, was es mit mir gemacht hat, all diese Erfahrungen, die man gesammelt hat, das hat mich so geformt, nicht nur diesen Mindset, den man gebaut hat. Man lernt, man ist viel zufriedener im Leben. Ja, man lernt Dinge schätzen. Ich habe lange, einfach so, dass man in einen Supermarkt gehen kann in Deutschland und so viel Auswahl an Produkten hat, war für mich voll nicht normal. Ich habe davon geträumt in Peru. Ich so, ey, wieder in Deutschland, irgendwo rein und dann einfach das kaufen und das. Ich habe mir die Einkaufsliste im Kopf gehabt. Du lernst vieles, auch das Wasser auch. Deswegen habe ich auch bei meinem Lauf von München nach Istanbul, habe ich die Aufmerksamkeit genutzt und Spenden gesammelt für Wasserbrunnenprojekte in Uganda, in Afrika. Und, ja, sowas zum Beispiel auch. Du kannst Menschen inspirieren, du kannst gute Dinge tun. Die Erfahrung, habe ich ja schon gesagt, einfach alles so. Also ich glaube, alles, was kein Nachteil ist, ist auf jeden Fall ein Vorteil. Ja. Also ich glaube, ich sehe da jetzt nichts, wo ich sagen könnte, das ist kein Vorteil. Wie du schon sagst, du siehst alles die Erfahrung. nochmal gesundheitlich, ich bin, auch wo ich ankam in Lima, irgendwie ging es richtig gut. Ich bin am nächsten Tag wieder gelaufen. Ich kam in Lima an. Das wäre jetzt die Frage, hast du keinen Urlaub gemacht danach vom Laufen? Ich wollte, eigentlich war der Gedanke, ey, ich will schnell in Lima ankommen und dann nach Hause reisen. Ich habe meine Familie vermisst, meine beiden Neffen vermisst. Aber ich dachte mir, warte mal kurz, Digga, du hast das dir verdient, dass du da ein paar Tage noch genießt einfach, ja, weil das war kein Urlaub für mich. Das war echt, ich war auf einer Mission, deswegen war ich auch bewusst, ja, und deswegen war für mich klar, ich bleibe noch einige Tage. In Lima war dann mit dem José Miguel, das war der ältere Herr, mit dem ich die Zeit da verbracht habe und dann konnte ich das erste Mal dann auch in die Pazifik reingehen. Das habe ich ein bisschen zum Schluss aufgehoben, als Belohnung. Und ja, wie gesagt, am nächsten Tag bin ich nochmal locker gelaufen und ich habe mich gut gefühlt, ja, das ist halt, ich bin jetzt auch sehr gesund, ich trainiere und ich kenne meinen Körper richtig gut, mit der Zeit, man hat so viel Erfahrung. Klar. Ich weiß, wann ich mal eine Pause bruche und die nehme ich mir dann auch. Also du machst auch Pausen? Ja, natürlich, ich weiß es, natürlich, weil irgendwann, man muss vernünftig sein, weil irgendwann kommt ein Leistungsabfall auch, wenn du zu viel machst und ins Übertraining gehst oder, aber ich verletze mich gar nicht, nie. Ich verletze mich nicht, weil ich trainiere auch sehr spezifisch, dass ich mich nicht verletze und deswegen habe ich auch nie Beschwerden. Und wie gesagt, diese Projekte, die finden nicht jeden Monat statt. Ja, das ist es. Jetzt bin ich hier, warte bis, ja, promote quasi mein Buch, mein Film, was bald rauskommen wird und dann kann ich erst über, über nächste Projekte sprechen. Seit wann bist du denn jetzt schon wieder hier? Du bist im November losgelaufen, wann bist du? Mitte Februar oder bin ich seit Mitte Februar? Seit Mitte Februar bist du wieder hier, seit knapp drei Monaten. Genau, für mich kommt das so vor, als wenn ich seit zwei Jahren schon wieder hier bin. Krass, ne? Und ich fühle mich wirklich manchmal in meiner Komfortzone und nicht Komfort. Also ich fühle mich noch wohler in meiner Komfortzone. Deswegen suche ich halt immer jetzt auch immer so kleine Abenteuer. Deswegen gibt es auch immer so kleinere Projekte, die ich gar nicht groß ankündige, wo ich sage, ich fliege jetzt nach Marokko, laufe zwei Wochen durch die Wüste und als Training einfach quasi oder regelmäßig. Das ist verrückt. Überleg mal, wenn du sowas als kleines Projekt nimmst oder na klar, wobei man sagen muss, es ist auch schwierig, jetzt Projekte noch größer zu machen, oder? Nee. Ist es, glaube ich, ist es nicht schwierig? Nein, nein, natürlich. Man denkt, okay, läuft jetzt mehr, dann läuft ja noch mehr. Nee. Das finde ich ja so spannend daran, dass es keine Regeln gibt. Ich kann kreativ sein. Ich bin ein sehr kreativer Mensch und ich gestalte diese Projekte ganz anders. Ich mache dann Dinge, die es vielleicht noch nie gegeben hat. Gib uns mal ein kleines Beispiel. Ich kann dir sagen, du kannst dir vorstellen, ich habe sehr viel Zeit gehabt zum Nachdenken auf meiner Reise. Und da kommt man auch auf viele Ideen, viele verrückte Ideen. Und wenn man dann kreativ ist, und dann noch mal groß denkt, kommt man auf so Sachen. Ich denke mir gerade aktuell, ich denke, ey, ich habe jetzt so das Glück, ich kann jetzt davon leben, ich kann mich noch mehr in Ruhe so darauf fokussieren, noch mehr investieren. Und habe keine Kinder, habe keine Frau, wo ich vielleicht auch Verantwortung habe. habe ich bin nicht irgendwo gebunden. Deswegen dachte ich mir, jetzt noch mal was ganz Großes, wo ich vielleicht noch mal ein bisschen länger weg bin. Also als Tipp, und weil ich dich mag, gebe ich dir so noch mehr Tipps. Also ich werde noch viel, viel länger weg sein. Und ich werde an verschiedenen Orten sein. Also, okay, das wäre schon zu viel gesagt. Okay, Off Cam, kann ich dir gleich was erzählen. Okay. Off Cam. Weil, wie gesagt, ich will nicht über Dinge sprechen, die noch nicht feststehen. Richtig. Ja, das ist ein grober Konzept. Klar. Ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare auch schreiben. Ich weiß nicht, schreibt immer gerne Tipps oder Vorschläge rein. Mit dem einen oder anderen Vorschlag vielleicht sagst du, ey, guck mal, das ist voll die geile Idee. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Sehr gerne. Aber, wie gesagt, versucht groß zu denken. Ja. Also nicht, dass einer jetzt, ja, ja, genau. Nicht, dass einer sagt, bleib doch mal 90 Tage weg anstatt 87 oder so. Also, versuchen schon außergewöhnlich. nicht so Sachen, lauf doch den Jakobsweg oder sowas. Das muss schon etwas sein, was mich reizt. Was ist der Jakobsweg? Das ist in Nordspanien. Also, gibt es auch verschiedene Wege. Ich glaube, wie viele Kilometer? 800 Kilometer, glaube ich. Ein Wanderweg ist das. Es hat auch eine Geschichte. Ja, aber das ist ja jetzt gegen die 5000 nichts, die du schon gelaufen bist. Ich weiß, aber es ist so ein Beispiel. Kommt mir nicht bitte sowas. denkt groß. Aber ich habe ja, ich habe da jetzt keinen Mangel an Ideen. Im Gegenteil, ich habe Ideen für die nächsten 10 Jahre. Klar, glaube ich dir. Aber einfach mal Interesse halber, was die Leute auch gerne reinschreiben. Dann lass uns mal zu der Frage kommen. Du bist jetzt seit Februar wieder hier. Du hast gesagt, der Film kommt raus, Ende des Jahres. Du hast dein Buch rausgebracht. Was steht denn noch so als nächstes an? Oder was ist geplant? Also, abgesehen jetzt von größeren Projekten, da wolltest du noch nichts sagen. Noch irgendwas anderes? Film oder? Ich habe gesagt, der Buch ist jetzt raus. Darauf habe ich auch lange gewartet. Dadurch geht auch ein sehr großer Traum in Erfüllung. Lass uns das gerne auch mal zur Hand nehmen. Dein Buch hier, Trail der Träume und Albträume. Mein Weltrekordlauf durch Peru. Ja, genau. Also da ist ein großer Traum in Erfüllung gegangen. Ich bin selber früher noch mehr sogar gerne gelesen. und jetzt auch lachen wir mit meiner Schwester. Sie hat auch gesagt, wir waren damals im Buchland, du hast gesagt, irgendwann steht so mein Buch im Regal. Das ist das, was ich meine, diese Vision. Du musst einfach alles schon vorhersehen. Ich habe es schon vor Jahren gesagt. Das hat auch nichts mit Arroganz oder so zu tun. Du musst einfach den Mut haben, das auszusprechen, damit du das erreichst. Und das war für mich immer ein Traum. Und deswegen darauf freue ich mich jetzt gerade sehr, dass ich das so in der Hand halten kann. Und das ist halt mega gut geschrieben auch. Ich habe das mit dem Carsten Polzin gemacht. Das war auch ein Akt, das zu machen während der Reise. Ah, während der Reise ist das entstanden? Während der Reise, ja, ja. Das war so, ich habe mit dem Carsten Polzin, der Co-Autor, Kontakt gehabt, jeden Tag. Ich habe ihn über WhatsApp-Sprachnachrichten geschickt. Und er hat dann zeitgleich das Buch geschrieben, hat mir dann immer ein paar Seiten geschickt. Ich habe es gelesen, nochmal was geändert und dann nochmal zurückgesendet. Und das war gar nicht so einfach, weil du musst dir vorstellen, ich war immer so erschöpft und ich habe so gar keine Zeit, ich wusste nicht mal, was in der Welt abgeht. War nur am Laufen. Nachts war ich halt einfach kaputt. Ich konnte nicht mal reden. Ich habe es, glaube ich, noch Sprach, die Sprachnachrichten habe ich noch. Ich lache heute noch darüber. Hallo Carsten, heute habe ich, also heute lache ich wirklich darüber. Und dann, das war auch während der, aber ich wusste, okay, das ist jetzt wichtig, weil ich muss auch jeden Tag irgendwie, wie so ein Tagebuch quasi immer erzählen, weil das waren so viele Eindrücke. Klar. Aber ganz wichtig, dass man alles erzählt und in diesem Buch wird man wirklich was auf dieser Reise, gerade 260 Seiten, sehr ausführlich erzählt. Viele Bilder vor allem. Ja genau, viele, viele Bilder auch. Ich werde euch jetzt ein bisschen hier so nebenbei einblenden. Man sieht, dass das Buch sehr vielfältig auch geschrieben ist. Ich habe es noch nicht gelesen, aber allein von der Aufmachung, also es ist jetzt nicht so ein typisches, wie soll ich sagen, so ein 600 Blätter Roman, sondern es ist sehr gut dargestellt. An dieser Stelle, du hast uns ein Buch mitgebracht, wir werden das von dir unterschreiben lassen und an euch verlosen. Was ihr dafür machen müsst, werde ich euch unten in die Beschreibung reinhauen, weil ich es selber noch nicht weiß, aber ich denke, ihr werdet sehr viel Spaß damit haben, vor allem wenn es von dir unterschrieben ist. Und gebt mir euer Feedback an den Gewinner oder Gewinnerin. Wie gesagt, ich erwähne es nochmal, ich haue den Link von seinem YouTube-Kanal rein, Instagram, folgt ihn auf allen Kanälen, supportet ihn vor allem für seine Arbeit. Und auch den Kevin supporten. Vielen, vielen Dank. Ich würde sagen, ich gebe dir abschließend das Wort und du kannst das Video beenden. Boah, natürlich, das ist jetzt gerade schwierig, mich kurz zu halten. Ich habe ja sehr viele Einblicke von meinem Mindset, von meinem Denken quasi schon erzählt. Deswegen würde ich halt nur euch sagen, folgt eurer Leidenschaft, lasst euch von niemandem etwas sagen, egal wie groß ihr denkt. Wenn ihr einen Traum habt, dann seid ihr alleine damit. Niemand kann in deinen Kopf reinschauen, das Verstehen, was du da siehst. Und das wird am Ende den Unterschied machen, dass du dann den Mut hast, dann auch diesen Weg zu gehen und nicht aufgibst. Deswegen einfach der Leidenschaft nachgehen und ich hoffe, ich konnte euch motivieren. Selbst wenn ihr jetzt gerade das Video sieht und sagt, ich gehe jetzt sofort laufen oder ich nehme heute mal die Treppe, das reicht mir auch schon. Ansonsten, wenn ihr weitere Fragen habt, einfach unter dieses Video. Ich beantworte die gerne. Sehr gut. Ich danke dir viel, vielmals, dass du da warst. Ich sage dir noch mal abschließend meine Worte. Du bist für mich eine sehr inspirierende Person. Du hast sehr viel erreicht. Du kannst sehr stolz auf dich sein. Ich hoffe, dass du deinen Weg weiter gehst. Ich hoffe, ich sage es dir auch von mir, wenn ich dich irgendwie supporten kann, unterstützen, kannst du dich gerne bei mir melden. Freunde der Sonne, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like auf das Video da. Ich sage es noch mal, abonniert seinen Channel, Instagram, YouTube, alles drum und dran. Bitte lasst Liebe da für diese Geschichte. Danke, dass ihr da wart und bis zum nächsten Mal.